Herzlich willkommen bei Radio Hobbybruch, dem Podcast, wo zwei Typen komplett planlos über ihr Nerdleben quatschen. Wir sind Christian, Chefredakteur bei Brückenkopf Online und Autor bei Neverend Industry und Dennis, Content Creator vom YouTube-Kanal Deist. Christian. Dennis, bist du noch wach? Ich bin noch wach, aber Christian, eine Frage drängt sich mir auf. Weißt du, was mir die Eier hart macht? Technisch gesehen heißes Wasser, aber ich bin sicher, du willst auf was anderes raus. Zehn Minuten kochenes Wasser. Herzlich willkommen bei Radio Hobbybruch und somit haben wir das Niveau für heute auch schon richtig gut gesetzt, denn die beiden Typen, die immer nur über ihr Nerd-Hobby reden oder über ihre Nerd-Hobbys reden, sind heute ganz schön im Eimer. Zumindest einer von denen und ich habe aber das Gefühl, dass dieser eine ein bisschen mehr reden muss als der andere. Dafür versuchen wir ganz viele M's und A's reinzubauen. Wer sind wir? Wir sind Christian und Dennis und wir reden über unsere Hobbys. Unsere Hobbys sind Miniature Wargaming, Tabletop, Brettspiele, Videospiele, Musik, Filme, Serien und wahrscheinlich noch einige andere nerdige Dinge und über die reden wir. Komplett ungeplant. Also es ist ein richtiger Laber-Podcast. Ich glaube, wir wollen uns einfach nur unser schlechtes Gewissen von der Seele reden, dass wir uns irgendwie rechtfertigen müssen, diese Hobbys auszuführen. Ja, ist das hier nicht eigentlich unsere wöchentliche oder zweiwöchentliche Therapiesitzung, wenn wir ganz ehrlich sind? Wahrscheinlich ist es das. Und ehrlich gesagt, ich habe danach auch immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir wollten ja jetzt auch aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt im Laufe dieser Sendung hier besprechen werden, wieder voll motiviert und voller Energie ins Hobby starten. Richtig. Das ist jetzt quasi der Startschuss. Richtig, so ist das. Also nicht nur, dass wir sagen, es ist die Katharsis für unser Seelenheil, sondern wir wollen jetzt euch auch wieder richtig zubannern mit nicht nur Infos, sondern auch unserer richtig dämlichen, nicht professionellen, sondern sehr subjektiven Meinung zu diversen Dingen auf der Welt da draußen. Und natürlich hoffe ich, dass ihr alle einen Counter dabei habt, wie viele Ass wir reinbringen. Ich glaube, ich bin jetzt schon mit zwei dabei, vielleicht auch schon drei. Ach, das kriegen wir alles hin. Ich bin sicher, das wird eine sehr entspannte Sendung heute. Ja, nach der letzten Sendung waren wir zusammen unterwegs oder beziehungsweise in der letzten Sendung waren wir zusammen unterwegs. Da haben wir drüber gesprochen, über unseren Trip nach Nottingham. Und es sollte auch gerade mal vier Tage dauern, bis wir uns wiedergesehen haben. Und zwar auf der Spiel, dieses Mal in Essen. Die Spiel war ja auch eine unserer allerersten Folgen im Jahr 2023. Spiele spielen auf der Spiel hieß diese Folge. Und damals haben wir über News und unsere Impressionen von der Spiel in Essen damals erzählt. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Wenn es euch interessiert, die meisten News sind natürlich keine mehr. Und wenn ihr das mal gehört habt, dann wisst ihr, wo wir ungefähr jetzt landen werden mit der Thematik. Denn es geht sehr viel um Brettspiele. Das war aber nicht alles, sondern eine Woche später hat die Polaris stattgefunden. Da werden wir aber hinterher drüber reden. Christian, ich frage dich, wie fandest du die Spiel? Spannend wie immer. Nicht, glaube ich, nicht dramatisch besser oder besonders berauschend im Vergleich zu sonst. Aber die Spiel ist einfach immer wieder schön. Ich komme da gerne hin. Ich genieße die Hallen. Ich genieße auch die Stimmung in den Hallen so ein bisschen. Man trifft gefühlt an jeder Ecke irgendwie Leute, die man kennt. Man kann Sachen, die man sich schon lange mal live anschauen wollte, vielleicht tatsächlich live anschauen oder entdeckt Sachen, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Also es gab zumindest ein, zwei Stände, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte oder wo ich nicht auf dem Schirm hatte, dass es da die Modelle zu sehen gibt. Also ein bestes Beispiel zum Beispiel, ich hatte vorher zwar gesehen, dass Takure da ist, hatte aber nicht die Connection hingekriegt, dass das ja Rampardesigns sind, die auch Ahorons Fall machen, das Raumschlachtenspiel im Infinity-Universum. Und das war eine schöne Überraschung, weil man dann da die Prototypen für die Raumschiffe am Stand sehen konnte und noch mal ein bisschen mehr Infos sich holen konnte zu Spielgröße und so und noch ein bisschen wieder eintauchen konnte oder nachfragen konnte, wie denn der Zeithorizont ist. Und das war zum Beispiel schön. Also es sind eher die kleinen Dinge dieses Jahr gewesen für mich. Und natürlich der Golden Demon, den es ja dieses Jahr das erste Mal auf das Spiel, glaube ich, gab. Der war natürlich auch ein Highlight. Der war auch ziemlich cool. Ja, die Spiel dieses Jahr hatte ja eine Besonderheit und zwar war sie das erste Mal ausverkauft an allen Tagen. Ja. War, glaube ich, das erste Mal. Ja, wobei ich glaube, man ist sich immer noch nicht so ganz im Klaren, ob es bisher einfach nur keine Kontingente gab und das irgendwie auf Basis von neuen Richtlinien zum Beispiel dieses Mal zum ersten Mal gemacht wurde. Wobei ich da nicht sicher bin, ob das brandschutztechnisch zum Beispiel überhaupt erlaubt ist, grenzenlos viele Leute in die Hallen zu lassen. Aber ich bin da so ein bisschen ratlos, weil ich hatte ja, die Spiel war voll, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie, dass ich sowas noch nie erlebt hätte auf das Spiel. So ein Ansturm. Nee, also es fühlte sich auch ehrlich gesagt nicht so voll an wie die vorherigen Jahre. Es lag aber auch daran, ich hatte das Glück, dass ich mich mit einem von der Spiel unterhalten konnte in einer ruhigen Minute, dass die Gänge auch wirklich breiter gemocht wurden. Also sogar in der Halle 3, wo es sich noch wirklich, wo es immer noch sehr eng war, da meinten die auch, da können sie einfach nichts machen, weil die Halle 3 ist einfach so ein Schlauch. Ja, die Halle 3 ist hart. Und da war es halt immer am vollsten. Aber selbst da haben sie die Gänge im Gegensatz von vor einigen Jahren fast verdoppelt von der Größe her. Ja, und nie. Ich weiß gar nicht, haben sie dieses Jahr die großen Taschen und Bollerwagen, nee, die waren immer noch da, ne? Die waren da, aber gefühlt nicht mehr so schlimm. Weil sie einige davon auch noch verboten hatten oder sowas. Ja. Also die waren hin und wieder so ein bisschen ein Ärgernis, das stimmt. Aber die großen Rucksäcke sind das hin und wieder einfach auch. Also das geht aber, glaube ich, einfach einher damit. Viele Leute kommen einfach da hin und machen gefühlt ihren Jahreseinkauf Brettspiele, gehen dann da einfach zur Halbzeit schon mit einem Koffer oder so mit zehn Spielen drin kurz mal auf den Parkplatz und dann am Abend dasselbe nochmal. Ja, die müssen sie ja irgendwo hinpacken. Ich meine, es gab die offiziellen Taschen der Spiel, die so ein bisschen an Ikea-Taschen erinnert haben von der Größe her. Und also, ja, es waren viele Leute trotzdem mit Gepäck unterwegs, aber ich habe es jetzt nicht als so schlimm empfunden. Für all diejenigen da draußen, die sich jetzt überlegen, hä, ist das wirklich Radio Hobbybruch? Was ist denn da los? Was ist mit der Struktur da plötzlich los? Christian, weißt du, was wir vergessen haben? Alles. Unseren Namensgebenden Hobbybruch haben wir vergessen. Ja, total. Wir haben auch gedacht, wir gehen mal voll rein. Aber natürlich wollen wir natürlich nochmal, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, das war jetzt erstmal nur so ein bisschen zum Antisern. Jetzt wisst ihr, wo wir hingehen und wir haben noch ganz viele tolle Sachen zu erzählen am Ende des Podcasts. Wir wollen jetzt erstmal eigentlich nochmal darüber sprechen, Radio Hobbybruch, wir nennen uns Radio Hobbybruch, weil wir beide eigentlich Trottel sind in unserem Hobby und uns immer komische Dinge passieren. Und daher muss ich dich jetzt, Christian, nochmal fragen, während wir die Spiele im Hinterkopf haben, was war denn dein Hobbybruch? Ja, ich habe leider keinen eigenen gebaut. Ich habe wieder Hobbybrüche für mich bauen lassen, indem ich Bahn gefahren bin. Unsere Stammzuhörer kennen ja meine Liebe zur Deutschen Bahn und sie enttäuschte auch dieses Mal nicht. Vor allem auf der Hinfahrt. Ich habe ja immer das Thema, dass ich relativ lange fahre, weil ich mich bei Mirko von Stronghold Terrain immer ein Quartier, wenn ich im Hoheport unterwegs bin. So auch dieses Jahr wieder und das ist immer eine Sieben-Stunden-Fahrt. Also wenn man da von Wangen losfährt, dann muss man morgens um sieben irgendwann den Zug nehmen und ist irgendwann nachmittags dann in Haminkeln bei Stronghold Terrain, was wirklich im Sibirien kurz vor Holland ist. Und das war eigentlich alles durchgeplant, Ticket gekauft und am Bahnhof gestanden. Meine Frau hat mich mit dem Auto kurz zum Bahnhof gebracht. Die wollte übers Wochenende, wo ich auf das Spiel war, dann mit den Kindern zu ihren Eltern fahren, die kurz hinter Ulm wohnen. Das wird gleich noch wichtig werden. Und hatte aber gesagt, sie liefert mich jetzt am Bahnhof ab, macht dann zu Hause mal die Kinder fertig. Gepackt ist schon, aber irgendwann fährt sie dann entspannt los Richtung Ulm und drüber raus noch ein bisschen und macht dann gemütliches Wochenende. Dann habe ich mal in meine Bahn-App geschaut, weil es schon hieß, ja irgendwie Verspätung von dem Zug aus Lindau, der mich nach Memmingen bringen muss. Und in Memmingen muss ich dann umsteigen. Ja, das Problem wäre gar nicht so sehr die Verspätung gewesen, die war handelbar. Das Problem war, dass der Zug von Memmingen nach Ulm wegen eines Verkehrsunfalls einfach an dem Tag nicht gefahren ist. Der wurde also einfach ersatzlos gestrichen und es gibt da auch keine Ausweichstrecke. Und dann war halt klar, ich komme heute nicht von Wangen nach Ulm. Und in Ulm gehen meine ICE-Verbindungen. Und das wird einfach nichts. Dann musst du halt um Ulm herum fahren. Genau, musste ich. Aber ich bin um Ulm durch. Ich habe kurzerhand nochmal meine Frau angeklingelt, habe gesagt, also es sieht jetzt so aus, ich stehe hier am Bahnhof und es ist sinnlos, dass ich hier stehe. Ich würde mit euch mit dem Auto mit hochfahren bis Ulm. Wir setzen mich da am Bahnhof raus und ab da gucke ich mal. Ich habe ja keine Zugbindung mehr und irgendeinen ICE kriege ich dann schon. Dann hat meine Frau die Kinder sehr, sehr flott abwaschbereit gemacht. Ich habe in der Zeit noch kurz Pakete zur Post gebracht, weil ich noch Neverland-Bestellungen eigentlich zu Hause hatte, die meine Frau noch kurz bei der Post abliefern wollte. Während sie die Kinder voll Verlade fertig gemacht hat, habe ich die kurz zur Post gebracht und dann ging es auf die Autobahn. Und ich habe tatsächlich in Ulm meinen Anschlusszug noch gekriegt. Ich war fünf Minuten vor meinem Anschlusszug am Bahnhof und habe tatsächlich ab da meine ganz reguläre Verbindung bis Hamminkeln durchgenommen. Ohne weitere Pannen. Aber sagen wir mal so, ich musste halt ein bisschen cheaten und einen Teil der Strecke dann doch mit dem Auto fahren. Ja gut, ging ja offensichtlich nicht anders. Offensichtlich nicht. Und auf dem Rückweg, ja, da war alles halt im üblichen Rahmen. In Mannheim kommt der Zug, wo ich eigentlich, der eigentlich super ausreichend kalkuliert war, halt dann auf einmal 20 Minuten zu spät. Dann schlägern sich die Leute gefühlt noch am Eingang von den Abteilen. Man lässt niemanden raus und auch niemanden rein, weil ich bin ja jetzt im Zug, dann kann ich ja jetzt mal mein Gepäck erst sortieren. Und irgendwann wurde mir dann am Bahnsteig noch gesagt, ja, sie können auch 20 Minuten hier draußen stehen, dann kommt schon der Nächste. Alles kein Problem. Und ich so, nein, sicher nicht. Ich habe eine Sitzplatzreservierung und ich werde sie benutzen. Und hat aber dazu geführt, dass ich von Mannheim bis Ulm 35 Minuten Verspätung aufgefahren hatte am Ende des Tages und meinen Zug um zwei Minuten verpasst habe. Das habe ich dann genutzt, um in der Ulmer Innenstadt noch einen Döner zu essen. Aber naja, weil da musste ich dann eine Stunde warten, bis der Nächste kommt. Ja, guck mal, wir machen es natürlich jedes Jahr, dass wir mit mindestens zwei Leuten, maximal vier Leuten im Auto halt hinfahren. Wir waren diesmal zwei Gruppen, wir waren sechs Leute insgesamt und mittags sind vier Leute losgefahren oder morgens schon. Und am späten Nachmittag ein Kumpel und ich dann zu zweit im Auto. Und weil ja immer, wenn die Spiel ist, die Deutsche Bahn irgendwas um Essen herum macht oder Sachen sperrt oder so, sind wir mit dem Auto losgefahren. Und naja, weil wir auch immer mit Gepäck zurückkommen, das ist mit der Bahn immer schon ungünstig. Und dann hatten wir irgendwo einen richtig großen Stau und haben dann gesagt, naja gut, dann gehen wir jetzt hier raus und essen zu Abend. Wir sind jetzt nur irgendwas Hamburg losgefahren und dann so gegen 20, 20, 30 haben wir dann bei irgendeinem Burger King. Wie heißt diese, das wisst ihr bestimmt, das könnt ihr ja uns in die Kommentare schreiben. Die Raststätte bei Osnabrück, die eine Brücke über die Straße rüber ist, wo auch ein Burger King ist. Da haben wir dann gegessen und dann, als wir fertig waren, als wir unten waren, das war sehr, sehr gut, dass die Leute bei Burger King einfach extrem unfähig, unterbezahlt und sagen wir es mal so, nein, unterbezahlt weiß ich nicht. Unmotiviert? Unfähig, unmotiviert und einfach unterbesetzt. Unterbesetzt, nicht unterbezahlt, sondern unterbesetzt waren, dass es so lange gedauert hat, weil als wir fertig waren, war der Stau dann weg. Und so kam einigermaßen gut durch. Aber wir gehen da mittlerweile tatsächlich nur noch hin zu diesem Burger King da, zu dieser Raststätte einfach. Weißt du, bei Serien macht man Hate-Watching. Wir machen einfach Hate-Visiting da, weil das ist jedes Jahr kacke. Das ist wirklich mies jedes Jahr. Da sind dann irgendwie sechs Terminals und die sind alle an, aber alle bis auf zwei machen sie die Monitore aus, weil dann nur maximal drei Leute, also im Normalfall sind es zwei Leute, maximal drei Leute diesen Burger King machen und eine riesige Schlange von Leuten jedes Mal da ist, weil die Raststätte für beide Richtung, für beide Autobahnrichtungen dann da ist. Und so haben sie zwar, können sie sagen, wir haben sechs Terminals zu bestellen, aber du kannst ja nicht mehr am Triesen bestellen, du musst die Terminals bestellen. Ja. Und ja, die sind zwar an, aber du kannst trotzdem nicht bestellen, weil sie überall die Bildschirme ausgeschaltet haben, manuell. Und so dauert das sehr, 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 sehr lange. Ja, kann ich mir vorstellen. Naja. Aber wir sind alle gut angekommen. Genau, genau. Wo wir dann ja wieder den Schwung zum Spiel hatten. Mein Hobbybruch hat mit dem Spiel gar nicht mal so viel zu tun, aber so das in-between zwischen Spiel und Polaris. Tatsächlich. Ich hab's wohl geschafft, wieder meinen 3D-Drucker zu schrotten. Nachdem ich erst ein neues Display bekommen habe, was aber nicht meine Schuld war, was einfach eine Konstruktion für sie war, das war ein Garantie-Problem, dass das Display ausgetauscht werden musste, hab ich es jetzt wohl kaputt gemacht. Ich hab gedacht, ey, hier, Polaris kommt, druckst du noch ein paar Minis aus? Beziehungsweise zum Glück hab ich vorher die Pokale ausgedruckt für den Burning Brush Award. Die kamen auch alle raus. Und dann hab ich gedacht, ach komm, hier, druckst du mal bis morgen früh noch ein paar Minis aus und so. Und dann komm ich wieder und wundern mich, warum ist die Abdeckklappe schräg? Und warum fließt er über Resinen längs? Ah, scheiße. Und warum ist das, äh, ist, ist das, äh, dieses, dieses, dieses Becken, äh, diese Schale, warum ist die schief? Habst du die nicht richtig festgeschraubt? Ich hab eine Schraube nicht richtig festgeschraubt. Das Ding wurde also, als die, ähm, als das, ähm, als die Plattform runtergedrückt hat und hochging, das noch ein bisschen festklebt, da hat das offensichtlich die, ähm, das Basseur hochgehoben und das ist dann runtergeknallt und jetzt ist ein kleiner Hau im Display. Der ganze Druck funktioniert überall, nur halt diese zehn Pixel oder was es sind, die werden nur durchgängig gedruckt. Das heißt, bei sowas, wenn ich jetzt massenweise die gleiche Figur drucke, ist das vollkommen okay, weil da ist eine Figur anhand Ausfall von 30. Das ist vollkommen in Ordnung. Also noch, bis es ausgetauscht ist. Würde ich aber jetzt was Größeres drucken, ist das absolut nicht möglich. Und ja, das sind ja wieder 250 Euro. Zum Glück ist aber nur das kaputt gegangen. Ich hätte jetzt gedacht, dass noch mehr kaputt gegangen ist. Ja. Das hat mich sehr geärgert. Ja, glaub ich. Dummheit. Witzigerweise geht gerade offensichtlich rum, weil, ähm, also, bei uns nicht Dummheit, aber der, einer der Neverrealm 3D-Drucker, ähm, zickt gerade rum. Da wissen wir aber schlicht nicht, woran's liegt. Also der, der, ähm, in bestimmten, ich glaub, gerade Lasto versucht es mir zu erklären, in, glaub ich, Konkav oder Konvex, wenn er das drucken soll, ähm, fächern die Layer auf. Und das ist, äh, nicht so ganz leicht in den Griff zu kriegen, weil der auch nur limitierte Einstellungsoptionen hat und zwischendrin zwar ein Update drüber gelaufen ist, der damit aber nicht ausgeliefert wurde. Und die jetzt sagen, machen sie doch das und das, aber das und das geht bei unserer Version des Geräts einfach gar nicht. Und jetzt muss Lasto sich da mal drum kümmern, der ist da schon dran, aber es ist ein bisschen. Ist jetzt eine sehr amateurhafte Erklärung von mir, aber irgendwas passt da nicht. Nachdem es ewig lang funktioniert hat, ähm, Folie hat Lasto getauscht, alles fein, ähm, aber keine Ahnung. Hm, ja, das Spiel scheint auch nicht kaputt zu sein, weil sonst scheint es ja überall zu funktionieren, ne? Das ist nur bei diesen Formen. Ja, ja, genau. Also es ist ganz seltsam, ähm, soll sich Elego damit rumärgern. Könnte es eventuell auch an dem, an der Software liegen, an der Slicing-Software, dass die irgendwie das jetzt anders interpretiert als die Firmware vom, vom Drucker? Boah, weiß ich ehrlich nicht. Ähm, ich weiß, da ich nicht weiß, auch nicht weiß, welche Software Lasto da gerade benutzt. Ähm, okay. Zumal dann hätte sich jetzt irgendwann halt eben genau hätte sich irgendwas tun sollen, äh, tun müssen, was es, was sich geändert hat, weil es hat funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr. Auch nur an bestimmten Stellen, also mal funktioniert es, mal nicht. Aber du hast halt auch das Problem, wenn wir dann größeres, mehrere größere Modelle machen, von denen nicht so viele auf die, äh, Plate passen, dann hast du halt einfach nicht so sehr viel Toleranz für, ähm, Ausschuss, weil das einfach Zeit, ein Zeitfaktor auch ist. Naja, wir arbeiten dran, viel mehr Lasto arbeitet dran. Gucken wir mal. Ja, krass. Oh Mann, ich drücke euch die Daumen. Das ist ein ärgerlicher Fehler. Also wenn du es überhaupt nicht weißt, woher das kommen könnte. Und das scheint ja, also, keine Ahnung, das scheint ja irgendwie ein Softwarefehler zu sein, weil die Hardware scheint zu funktionieren. Wahrscheinlich, ja. Genau, also Hardware funktioniert, äh, hat auch schon funktioniert, hat sich seither nichts geändert. Folie wurde getauscht, testweise mal. Ähm, der, ähm, levelt sich auch selber komplett. Also, das macht der alles automatisch. Mhm. Hat er bisher auch immer gut. Naja, wir werden sehen. Ich lass mich überraschen und solange nehmen wir halt, äh, andere Drucker auf, die wir auch Zugriff haben. Ja, immerhin habt ihr da eine gewisse Redundanz aufgebaut wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ist gut. Sehr gut. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, Christian. Ich werde wieder den, den Party übernehmen, dass ich dich weiter trete. Während du die interessanten Sachen redest, werde ich dich einfach ganz fies wieder abschneiden. Ja, alles gut. Um so ein bisschen wieder zu Spiel zurückzukommen, weil deswegen haben wir wirklich, sind wir wirklich so mit das Spiel reingestartet, sind wir ein bisschen durcheinander gekommen, weil einfach vieles, was unser Hobby die letzten Wochen betraf, damit in Kombination steht. Ja. Und daher frage ich dich, Christian, was hast du denn gespielt? Ähm, ich habe, ähm, eine Runde Conan gespielt. Conan, das Brettspiel. Ähm. Damals das Kickstarter-Spiel halt von, äh, Monolith? Monolith und Mythic, glaube ich, zusammen damals noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann auch sein, dass es nur Monolith waren. Also Mythic waren's nicht. Mythic, zu denen kommen wir nachher noch kurz in den News. Aber, ähm, ich glaube, es waren nur Monolith sogar. Kannst du bitte nochmal Mythic sagen? Das klang so toll. Mythic. 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 Wo wir gerade dabei sind, ziemlich blödsinnigen Kram zu reden. Viele Grüße gehen raus an den Tablepod. Die uns, äh, das, das war sehr schön. Der Tablepod, die haben in der aktuellen Folge, also der Tablepodcast, die haben uns ein paar Mal erwähnt. Zumindest der, der Fabian, äh, hat da ein paar Erwähnungen gehabt. Gerade weil, da ging es auch um die Spiel. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er gerne darüber redet und seine Kollegen schon mittlerweile voll genervt war. Das tut mir leid. Und auch Grüße gehen raus, gerade wo wir dabei sind, an die Dice and Mouths. So. In der Tat. Ja, nee, genau. Wir haben bei Mirko am Abend, bevor wir zu Spiel sind, am Donnerstagabend war das, ähm, haben wir noch schnell eine Runde Conan gespielt. Mirko hat den Overlord gespielt und Christian und ich, ja, anderer Christian. Ähm, Christian und Christian haben zusammen Conan und, ähm, einen Charakter, dessen Namen ich mir nicht merken kann, gespielt. Story war, wir sind mit unserer Flotte gesunken und irgendwo als einzige Überlebende in einer Wüste an Land gespült worden. Sind Tage durch die Wüste unter sengender Sonne gelaufen, werden langsam beknackt im Kopf, ähm, und entdecken dann ein verfallenes Dorf mit halb vom Sand verdeckten Ruinen. Und da könnten wir ja was finden. Vielleicht können wir da außerdem ein Leuchtfeuer entzünden, damit die anderen Überreste unserer Flotte sofern vorhanden und sehen und da abholen. Es ist aber kein Peli-Pepa-Roll-Spiel, ne? Nee, nee, das ist ein ganz klarsches Brettspiel. Ähm, und zwar, das war quasi, das ist so ein szenariobasiertes Brettspiel. Und wir sind dann da angekommen, da wurde die Karte aufgebaut eben mit diesen, mit den Häusern. Und, oh Wunder, auf einmal erhebt sich ein finsterer Wind aus der Unterwelt und überall stehen Skelette auf. Und dann hast du die Aufgabe zu zweit, dich einerseits durch dieses Dorf schnell zu kämpfen und vier Schatztruhen zu öffnen. In diesen Truhen sind irgendwie zwei Heiltränke und zwei Wasserflaschen. Und die brauchst du, weil jeder Charakter muss einen Heiltrank und eine Wasserflasche konsumieren, weil solange er das noch nicht geschafft hat, nimmt er jede Runde Schaden. Weil er einfach so dehydriert ist. Weil er dehydriert ist und komplett fertig. Und das krasse ist gewesen, wir haben zuerst mal gedacht, na gut, es sind nur Skelette und wir können uns einmal im Uhrzeigersinn da drum rum arbeiten. Und dann zünden wir auf dem letzten Dach unsere Brandbombe und machen und dann läuft der Laden. Nein. Also es fing schon damit an, dass wir im Nachhinein wirklich nicht sicher waren, was wir falsch gemacht haben. Außer, dass wir wirklich beknackt gewürfelt haben. Sowohl Conan als auch meine Wenigkeit. Aber auch, wir hätten, wir haben wirklich hinter überlegt, hätten wir uns aufteilen sollen, was man ja nie macht eigentlich oder was ganz selten eine gute Idee ist. Zumal mein Charakter halt einen Bogen hatte, einen mäßig guten und eine relativ schlechte Nahrkampfhafte. Also ich war einfach so nicht viel zu gebrauchen. Und wir haben uns, wir sind so überrannt worden. Also Mirko hat uns dermaßen platt gemacht. Wir haben, glaube ich, zwei Truhen geöffnet, haben aus beiden nicht eine Kombination gezogen, sondern beides mal die Wasserflasche. Das heißt, wir konnten bei keinem Charakter verhindern, dass er diesen Wüstenschaden nimmt. Dazu hätten wir die dritte Truhe mindestens noch gebraucht. Die haben wir aber nicht mehr erreicht schon. Und ab da war vorbei. Und es ist, also Mirko war auch etwas irritiert, weil er auch gesagt hat, er dachte eigentlich, das wird ein leichter Spaziergang für uns. Und wir haben einfach nur gesagt, wir hatten da nie eine Chance. Aber es war ein schönes Spiel. Und ansonsten... Ist auch schon ein bisschen länger draußen, ne? Ja, das ist ein relativ altes Spiel. Ich glaube, zehn Jahre. Hat das bestimmt schon auf dem Buckel. Ja, ja. Was ganz cool ist, da gibt es inzwischen, weil es gab zwischendrin mal eine zweite Edition, glaube ich, und es gibt eine relativ große Community, die eigene Szenarios auch macht. Inklusive dann immer ein bisschen Story und Karte dazu und allem. Und daraus war auch dieses Szenario. Und der Mirko hat sich das als Print-on-Demand-Buch drucken lassen. Als Hardcover-Buch mit irgendwie 80 Seiten oder so hat das. Und das ist echt cool. Ja, mega. Das ist doch cool. Und wertet das ganze Spiel enorm auf. Da habt ihr es ja ähnlich gemacht wie wir. An dem Abend, wo wir in Essen, also wir waren gar nicht in Essen, aber wo wir da halt angekommen sind, wo wir dann unseren Ausgangspunkt zum Spiel hatten, haben wir auch was gespielt am Mittwochabend. Allerdings was ganz anderes. Heat haben wir gespielt. Auch ein Spiel, das ist, ich glaube, letztes Jahr kam das raus oder vorletztes Jahr. War so ein großer Aufschrei in der Brettspiel-Community, weil das Spiel irgendwie total heiß begehrt war. Ich glaube, das wurde auch über Crowdfunding früher finanziert. ist so ein Rennspiel als Brettspiel. Ich weiß gerade nicht in welcher, welcher Ära, ob das in den 50ern war oder 60er. Ich bin da, was das angeht, bin ich total schlecht. Und da gab es ja diesen Aufschrei, weil Asmodi Deutschland zumindest das nicht über die Brettspiel-Fachhändler verkauft hat, sondern über Müller, Thalier, wie sie alle heißen. Und ja, keine Ahnung. Trotzdem, ich weiß noch, vor zwei Jahren war das, glaube ich, oder so, da wurde das auf das Spiel so krass den Leuten aus der Hand gerissen. Und es ist wirklich ein gutes Spiel. Wir haben es gespielt. Es ist wirklich, wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht für so ein Spiel, wo du eigentlich nur ein Auto managst und dann gucken musst, wie du dich platzierst anhand von Karten, die du hast und so ein bisschen Risikomanagement im Endeffekt begehst. Wie du dann im Endeffekt dann irgendwelche Schaden, also nicht Schadenskarten, aber irgendwelche Hitzemarkerkarten in dein Deck reinsetzt, die dir dann dein Deck zumüllen. Und da musst du halt trotzdem immer noch die richtigen Geschwindigkeiten in die Kurven kommen und Erster werden. Das ist schon sehr cool. Die Regeln sind gar nicht so kompliziert, können trotzdem anfangen aufgrund der Möglichkeiten überschlagen. Das macht aber sehr, sehr Spaß. Ja, cool. Ja, nicht schlecht. Nee, ansonsten habe ich nur Zelda gespielt. Allerdings eher passiv, weil mein Jüngster spielt gerade auf der Switch Zelda Link's Awakening. Und ich musste halt hin und wieder mal so ein bisschen unterstützend einwirken. Wobei er sich da ziemlich durchgrindet inzwischen, muss ich sagen. Also hier und da hakt es halt noch so ein bisschen mit Rätsel lösen und finden. Aber das Durchkämpfen, das läuft schon. Das ist super. Ja, wie alt war er? Wie alt war er? Wie alt ist er? Sieben. Sieben. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich damals das gespielt habe. Also die erste Version natürlich, ne? Ja, ja. Also ich war älter, als ich das auf dem Game Boy gespielt habe. Ja, ich glaube, ich war auch älter. Ja, ja. Weil da hatte ich nicht so das große Problem mit. Aber wie gesagt, ich war da auch wirklich deutlich älter. Ja, aber die Rätsel sollten ja eigentlich gehen. Ich glaube, das schwierigste Rätsel, finde ich, war immer noch ganz am Ende, wenn du in dem Labyrinth vom Windfisch bist, den richtigen Weg zu gehen. Ja, das habe ich irgendwie immer hingekriegt. Ich hatte dann, ich weiß, da gibt es einen Boss, der irgendwie einen speziellen Lösungsansatz auch noch braucht. Ich glaube, das waren diese runterfallenden Blobs, die einfach nicht aufhören. Irgendwas muss man da machen, damit das aufhört. Und ich habe das nie verstanden. Oder ganz oft war es nur Zufall. Aber ja. Aber großartiges Spiel. Ich merke es jetzt auch wieder. Auf der Switch sind auch viele Dinge komfortabler. Also was mir heute zum Beispiel aufgefallen ist, auf der Switch so Sachen wie das Kraftarmband, dass man Sachen hochheben kann. Oder auch die Pegasus-Stiefel, mit denen man ja schneller rennt. Die sind einfach auto-equipped. Und du kannst einfach immer, wenn du jetzt halt links oben drückst, rennst du halt. Das Kraftarmband ist immer equipped. Da bin ich mir nicht sicher, ob das auf dem Gameboy auch so war, dass du ab dann Dinge halt hochheben konntest, auch wenn sie schwerer waren. Das kann ich mir vorstellen. Aber was ich halt weiß, ist, dass du auf dem Gameboy, wenn du springen und rennen wolltest, musstest du halt Schwert und Schild weglegen. Ja, das stimmt. Ja, weil du nur zwei Knöpfe hattest. Dann hast du halt auf A die Stiefel und auf B das Springen zum Beispiel gelegt. Und auf der Switch hast du halt vier Knöpfe. A, B, X und Y. Und Schild ist sowieso auf rechts oben. Das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten, Sachen parallel aktiv zu halten, was super komfortabel ist. Gab's bei Links Awakening, vielleicht kriegt das auch jetzt durcheinander, gab's da auch so einen Titan-Handschuh? Also zuerst das Kraftarmband, um die großen Blöcke hochzuheben und dann gab's auch welche, um die ganz, ganz riesigen Blöcke. Also ich fand mal, dass es da noch etwas gibt, um die ganz großen Blöcke hochzuheben. Ja, aber ich glaube, das war sogar nur eine Verbesserung fürs Kraftarmband. Das kann sein, dass es dann anders hieß. Aber ich glaube, das war nur so ein Upgrade, weil du konntest bei Links Awakening ja für verschiedene Sachen quasi so zweite Versionen dann kriegen. Ja. Oder halt ein kleines Upgrade, dass du mehr Bomben tragen kannst oder so, was halt irgendwie dann ein magischer Blitz war oder so. Das kann sein, aber dass das Kraftarmband nochmal ein Upgrade kriegt. Okay, aber es ist auch zu lange her, dass ich jetzt das Remake gespielt hab, daher. Ja, wir sind aber auch erst im dritten Dungeon. Ah ja, ach, dann habt ihr noch einiges vor euch. Ja. Das war schön, das war schön. Ja, Videospieltechnisch hab ich wirklich gar nichts gezockt jetzt die letzten Wochen. Ich überleg grad, nee, ich hab auch bei Slay the Spire die Motivation nicht mehr gefunden. Ich bin jetzt endlich soweit, dass ich es mit allen jetzt so durchgespielt habe, dass ich jetzt auch zu dem Herz komme und den beiden Gegnern, die dich von vorne und von hinten attackieren. Aber hoffnungslos, das ist ... Also das Herz hab ich heute auf Hälfte runtergeprügelt. Ja, immerhin. Nee, tatsächlich. Die Hälfte hab ich geschafft. Aber dann ... Nee, irgendwie ist auch da grad meine Motivation nicht. Und ich hatte die letzten Tage auch nicht so viel Zeit tatsächlich, dass ich mich irgendwo hingesetzt hab und spielen konnte. Sonst normalerweise fahr ich Bahn und mach das oder so. Aber wenn wir dann die längeren Wege, die wir hatten, bin ich dann meistens tatsächlich selbst mit dem Auto gefahren. Und daher ist das sehr, sehr abgefallen bei mir in den letzten zwei Wochen. Sonst was gespielt? Ich hab einiges gespielt. Also auch nicht auf der Spiel nicht so viel, wie es eigentlich sein sollte. Aber ich kann sagen, dass ich bestimmt mehrere hundert Spiele gespielt habe. Wovon 98 Prozent davon Dice the Game war, weil ich ganz viele Demospiele gegeben habe. Sowohl auf der Spiel am Samstag als auch auf der Polaris alle drei Tage. Und da kann ich zumindest sagen, ja, da ging einiges an Spielen. Aber davon mal ab, weil selbst Demospiele geben, finde ich, zählt ja nicht so wirklich. Hab ich gespielt Star Wars Unlimited. Also nicht nur, dass wir das mal gespielt hatten. In Nottingham. Nottingham. Sondern ich hatte einen Kumpel, mit dem ich letztes Jahr schon auf dem Star Wars Unlimited Presse-Event war. oder Creator-Event. Der hat das da noch gar nicht wirklich gespielt. Mhm. Ist aber total in diesen Trading-Card-Kramen drin. Also besonders bei Magic. Der hat da wirklich einfach voll Hardcore-Ahnung, was das angeht. Cool. Und den hatte ich zu Geburtstag, zu seinem Geburtstag dieses Jahr, das Zweispieler-Starter-Pack vom Schatten der Galaxis geschenkt. Das, was wir uns beide beim Taschengeldieb geholt hatten. Ja. Und das haben wir jetzt endlich mal angespielt. Er hatte das Moff-Gideon-Deck gehabt. Und ich hab das ganz normale Darth-Vader-Deck gehabt. Ja. Und Gideon gegen Vader, also viermal gespielt, er hat viermal richtig auf den Kopf bekommen. Ja, also ich hab tatsächlich auch so bei Gideon, ich hab ihn ja nur einmal gespielt in unserem Dreierspiel damals. Ja, genau. Ich hab aber so das Gefühl, dass bei Gideon relativ viel zusammenlaufen muss, dass der funktioniert. Wohingegen Vader einfach halt, im Zweifelsfall haut der halt jede Runde einfach ein bisschen was raus. Der ist nie nutzlos. Das ist, find ich, ist ein Punkt, der einfach für ihn spricht als Commander. Weil ich glaub, so die Mega-Killer-Decks haben beide nicht. Aber ich glaube, Vader ist als Commander einfach nützlicher per se. Ja, aber wenn wir jetzt die Starter-Decks miteinander vergleichen. Also ich hatte jetzt letztens von jemandem gehört, weil dieses Jahr auch wieder so ein Presse-Event war. Wo wir auch waren, da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Da wurde uns auch erzählt, naja, wenn du irgendwie nur mit Starter-Decks spielen willst, dann spielst du weder mit Moff-Gideon noch mit dem Mandalorian mit den Starter-Decks, weil die irgendwie gerade voll unbeliebt sind, weil die zu stark sind. Okay. Oh, da kann man mal sehen, wie weit weg wir von den richtigen Spielern sind. Ja, also wobei, ich hab schon durchaus das Gefühl gehabt, als wir in Nottingham gespielt haben, dass der Mandalorian stark sein kann, wenn man ihn richtig spielt. Da hat man aber, find ich, relativ schnell gesehen, wo der Hase läuft, wenn man das fokussiert, wo man wirklich fokussiert in diese Richtung spielt. Das ist mir bei Moff-Gideon jetzt nach mehreren Spielen immer noch nicht so ganz aufgefallen. Und er setzt viel auf kleine Sachen und dann auf sehr große, wenige große und sehr viel Kleinkram. Aber gegen Vader zum Beispiel, also gut, jetzt spielen wir auch beide wirklich auf Anfängerniveau und sagen auch wirklich nur, wir haben diese Starter-Decks. Aber da ist Vader einfach viel einfacher zu spielen, weil der straightforward ist. Ja, und dieser Kleinkrusch, der ist halt limitiert, weil der ist halt ressourcenschonend. Das heißt, du brauchst nicht so viele, vielleicht nicht so viele, wie heißt's, was bei Magic die Länder sind, wie heißt es bei Unlimited nochmal? Energie, Ressourcen. Ressourcen, something like that. Du brauchst davon nicht so viel, aber dir gehen halt irgendwann die Karten auf der Hand aus. Weil es ist schön, dass ich im Zweifelsfall von meinen Billigtruppen zwei, drei pro Runde vielleicht mal spielen kann. Aber irgendwann sind halt meine Handkarten erschöpft und ich hab eventuell nur noch das, was ich nachziehe. Und spätestens dann läuft dieses Deck in Probleme rein, gefühlt. Also du musst wirklich am Anfang, glaube ich, schnell versuchen, den Sack möglichst weit zuzumachen. Ja, vor allem Gideon hat ja aber auch viel, so ein bisschen viel Control in diese Richtung, dass er sehr viel Ausrüstung zerstört. Was ja wirklich ein Konterpart zu dem Mandalorianer ist. Gegen Entwurf zum Mandalorianer. Genau. Er hat natürlich gegen das Vader-Deck überhaupt nichts gebracht, weil das Einzige, was er, glaube ich, ausrüsten konnte, war Vaders Lichtschwert. Das ihm wegzunehmen ist sehr hilfreich. Ja, aber auch das ist viermal drin oder dreimal drin im Deck. Ja. So. Ja. Also das wäre aber, es macht tatsächlich durchaus Spaß und ich habe mich immer wieder dann dabei gefunden, dann zu überlegen, so, hm, 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 was machen wir jetzt? Dann kann ich ja, wenn wir dabei sind, jetzt bei Unlimited, kann ich auch über dieses Event eigentlich auch reden, oder? Ja, klar. Das war total lustig. Wir waren halt wieder eingeladen zu diesem Event. Du warst ja auch eingeladen, konntest aber nicht, weil der Weg zu weit war. Das hat am Donnerstagabend ja stattgefunden von der Spiel und das war im, ja, in dem Saal unterhalb der Spiel. Also Eingang Ost hast du und dann geht es da irgendwie von außen nochmal runter in so eine Eventhalle oder sowas, was das ist. Im Vortragsraum und da waren wir, ähm, das war auch ganz nett, das war vor allem ganz lustig. Wir wollten nicht rausgehen, um da hinzugehen, weil wir dachten, oh, es ist so kalt, irgendwie muss es doch einen Weg nach unten geben. Und letztes Jahr gab es auch einen Weg durchs Treppenhaus runter, der war aber zu dieses Jahr. Dass man einfach nur so eine Wendeltreppe runtergeht, so ein Glas Treppenhaus und dann ging es runter, der war aber zu. Und dann haben wir gedacht, ja, irgendwie muss es doch noch einen Weg runtergehen. Und dann sind wir irgendwie zu den Fahrstuhl gegangen, haben gesehen, ach, Fahrstuhl dauern so lange, lass mal da das Treppenhaus gehen. Und dann sind wir durch das Treppenhaus gegangen, kam dann plötzlich irgendein Regieraum raus, haben gedacht, ach, naja, vielleicht sind wir falsch. Sind weiter nach unten gegangen, sind rausgegangen und standen plötzlich mitten im Eventbereich. Haben geguckt, haben uns umgeguckt, der ist noch so leer, sehen eine riesige Schlange von Leuten vor der Tür, haben gedacht, geil, wir haben uns jetzt durch die komplette Security durchgeschmuggelt. Wir haben einen Containment Breach, ein Dämmungsteam sofort in die Eventhalle. Das war total großartig. Und dann habe ich da, habe ich dann schon gesehen, den Eventmanager, mit dem ich dann auch Kontakt habe, von Asmuti, der war halt gerade am Vorbereiten, das gab so Goodie-Bags. Habe ich gesagt, na komm, dann sind wir mal so nett und stellen uns den in der Schlange an. Unsere Namen sind ja eh angegeben, kriegen ja eh einen Platz. Aber das war schon sehr lustig und haben dann auch gleich in der Schlange den Kollegen von Star Wars Stories getroffen. Der war dann auch da und also Brettballett waren da, also die, wenn man da nicht alles trifft, ne? Und dann gab es vorher so ein bisschen was zu essen, eine Kleinigkeit. Und das Jahr zuvor hatten die in dem Vortragsraum wirklich, das ist so aufgebaut, dass da wirklich Stühle Richtung Bühne ausgerichtet waren und keine Tische, sondern dass du wirklich nur einen Frontalvortrag hattest. Dieses Mal waren Tische und Stühle da und die Tische so ausgerichtet, dass gegenüber sitzend dann immer welche Stühle waren. Was ich und offensichtlich auch 95 Prozent der anderen Gäste überlesen haben, war so eine Aufforderung, hey, wenn ihr Bock habt, bringt doch euer eigenes Deck mit, dann könnt ihr den Abend auch spielen. Und wir hatten am Tisch einen Dude, der, super, super netter Kerl, aber das war so lustig, weil er hatte dann so seine riesige Deckbox vor sich und meinte, zu jedem, der sich an den Tisch gesetzt hat, zu jedem, hast du ein Deck mit? Und alle so, nein. Oh. Der nächste Sitz, hast du ein Deck mit? Äh, nein. Oh. Der nächste Sitz, hast du ein Deck mit? Nein. Oh. Ich war voll frustriert. So viel Enttäuschung. Dass niemand ein Deck mit hatte und ich glaub nachher, als dann so der Vortrag vorbei war, waren dann, ich weiß nicht, vielleicht waren sechs Spiele am Laufen, wenn's hochkommt. Und die restlichen Leute waren wirklich einfach nur da. Was aber auch nachvollziehbar ist, weil die Leute kommen direkt von der Spiel, vom ganzen Spiele-Messetag. Ja, ja. Und du hast halt viele, viel Presse, du hast halt viel Creator, Influencer, den ganzen Bums, die halt nicht nur dieses andere Spiel spielen. Und dementsprechend einen ganz anderen Terminkalender und ganz andere Sachen im Kopf haben, als dann irgendwie noch ein Deck zusammenzustellen und abends mitzunehmen. Es war cool, dass sie die Möglichkeit geboten hatten. Ich hatte auch durchaus dann irgendwie noch Lust gehabt, weil das Goodie-Bag war einfach, die haben Goodie-Bag mitgegeben, wo ich dachte, das ist richtig krass. Zum Glück diesmal keine limitierten Karten, aber einfach mal von hier, vom ersten Starter-Pack, wie hieß denn das? Funke Hoffnung? Spark of Rebellion. Spark of Rebellion, genau. Hatten sie in jedem mal so ein Zweispieler-Starter-Set drin. Was richtig krass ist. Und ich fand's ja immer sehr schade, ich wollte ja immer ein paar Booster holen, die aber aktuell irgendwie komplett ausverkauft waren. Und in dieser Vorstellung, dann war halt wieder zwei geteilt, eine Präsentation, einmal von FFG, einmal von Gamejanic. Und da wurde auch gesagt, ja, Spark of Rebellion wird nachgedruckt, soll im November kommen. Also, dass sie wirklich die Reprinten, dass es dann nicht unbedingt Neuauflage war, dass sie einfach nochmal neu kommen. Was ich persönlich ganz schön finde. Ja, macht Sinn. Und dann haben sie natürlich angekündigt, die dritte Erweiterung, das ist dann, ähm, ich hab jetzt, verdammt, ich hab den Namen vergessen, aber es geht auf jeden Fall um die Klonkriege. Das Ende der Republik, irgendwie so heißt es, glaube ich. Ja, 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 irgendwie sowas, ähm, ja. Twilight, Twilight of the Republic. Twilight of the Republic. Genau, so heißt das. Und da ist natürlich ganz klar, was da kommt. Ja, haben sie so ein paar Karten dann irgendwie auf der Präsentation gezeigt und dann meinte der, der vorne steht so, ja, und normalerweise, das, was ich hier trage, hat oft eine Aussage, oft auch nicht. Und dieses Mal hat's eine Aussage. Und er hat so ein Hawaii-Hemd angehabt und ich konnte nicht genau sehen, was er dann da anhatte. Und ich meinte zum Kumpel einfach so, oh, pass auf, jetzt Jar Jar Binks. Und dann kam tatsächlich die Ankündigung, dass eine Jar Jar Binks-Karte dann kommt. Selbstverständlich kommt die. Natürlich, eine Jar Jar Binks-Karte und ist eine 2-2-Kreatur. Dann, äh, und wenn du mit ihm angreifst, fügt er einer zufälligen Figur oder Basis irgendwo im Spiel ein oder zwei Schaden zu. Also, im Endeffekt musst du alles, was auf dem Tisch ist, randomisieren. Super. Deine und die vom Gegner. Das ist eindeutig eine Karte, die auf jeden Fall nie jemand spielen wird, weil das einfach zu umständlich ist und zu zufällig abhängig. Aber das ist so typisch Jar Binks-Ding. Das fand ich sehr lustig, das hab ich ein bisschen gefeiert, weil da, ähm, hat man gesehen, dass die Leute nicht nur auf die Hardcore-Spieler setzen, sondern hier und da noch ein bisschen Witz reinbringen. Das fand ich lustig. Vielleicht ist die aber wieder super mega special und so selten, dass sie die für 800 Euro kaufen wollen. Und dann hatte ich einen von diesen Profi-Spielern gefragt, so, hey, pass auf, ich hab doch dieses Darth Vader-Starter-Set. Wie würde ich das denn einfach mal erweitern? Also, hast du irgendwelche Tipps, wie ich es erweitern würde? Weil ich bin doch voll am Anfang. Ja, das ist gar kein Problem. Da nimmst du erst mal den, äh, den, den, den Vader, also nicht den Commander, sondern die Vader-Karte für 50 Euro, den kaufst du dir dreimal. Ich hab mir gesagt, ja, alles klar, danke, reicht. Und wenn ich das jetzt nicht machen möchte. Genau, reicht, danke, äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ich fand schon allein das, äh, Messe-Exklusive, ähm, zu Unlimited, absurd. Absolut. Also, ich fand schon die, für Star Wars Legion oder, ähm, Shatterpoint, keine Ahnung, die Modelle irgendwie für 30, 40 Euro. Der Obi-Wan damals, der hat ja irgendwie 30 oder so gekostet, wenn du den am Stand gekauft hast. Der war zwar schwer zu kriegen, du musstest im richtigen Moment da sein, aber der hat dann halt 30 gekostet. Na gut, ist das so. Aber jetzt Unlimited musstest du dir ja vorher einen Berechtigungsschein im Internet kaufen, mit dem dann im Rahmen deines Timeslots zum Stand von Asmodee kommen. Und dann konntest du dir da, ähm, ein Kartenset mit sechs, äh, Sith-Karten abholen. Da war dann Kylo Ren dabei, da war Count Dooku, glaub ich, dabei. Darth Vader nochmal. Also, waren schöne Karten, war schön aufgemacht alles. Ich, irgend sowas. Und hat, hat halt ein Hunni gekostet. Ja, hol das auch mit sechs Karten. Sechs Karten, Hunni, einfach nur, inklusive diesem ganzen Hassle vorher, mit Online-Slot reservieren und allem. Du verstehst das nicht. Doch, ich verstehe das schon, ist aber Quatsch. Nein, nein, Christian, die waren alle foilt und hatten ein schwarzes Karten-Design. Ja, ich weiß. Ich find's trotzdem dämlich. Wenn das mal nicht ein Grund ist. Ja, mindestens. Ich verstehe das. Ich kann aber auch alternativ einfach ein paar glitzernde Pokémon-Karten bei meinen Kindern klauen. Auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich auch von anderen Leuten, welche lächelt, warum wir so viel Geld für Plastikfiguren ausgeben. Das stimmt. Also, wer im Glashaus sitzt, ne, sollte. Ja. Aber, ja, ich hab, also, ich merke auch einfach, dass ich in dieser Trading-Cut-Geschichte nicht so tief drin bin, dass ich da einen Wert drin sehe. Ja. Also, ich bin auch auf das Spiel wieder konsequent um Alter drum geschlichen, aber hab's mir dann halt doch verkniffen. Das hab ich jetzt eigentlich mal gespielt. Ja. Ich fand's schön damals. Ich auch. Fand's was auch schön. Ich, also, jetzt konnte ich es endlich mal spielen. Es hat durchaus Spaß gemacht. Ich hab das Spiel auch durchspielen können. Also, ein ganzes, ganzes Match mal gespielt. Es war schön, das Artwork war schön, aber um es mit den Worten zu sagen, weiß ich nicht, Digga. Also, es hat mich nicht, es hat mich, es hat mich jetzt nicht so gefesselt, dass ich sagen würde, ich würde da jetzt reingehen und das wirklich aktiv spielen und sammeln. Jetzt, wo ich, wenn's um schöne Artworks geht, bei Locana so ein bisschen drin bin und bei Star Wars Unlimited ein bisschen drin bin, wenn's um die Spielmechanik geht, reicht mir. Ja, und bei beiden bin ich ja auch nicht All-Eden, sondern nebenbei, wenn ich's mal ein-, zweimal im Jahre spiel, dann reicht es mir komplett. Ja. Und dann auch so ein drittes Ding, dann irgendwie noch mitzunehmen, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Auch wenn es sich schön spielt, ne? Es hat einfach ein paar mehr Brettspielmechaniken, es ist mega pazifistisch, es hat ganz, ganz tolle Artworks. Eine Spielmechanik, die ich am Anfang ein bisschen fremdartig fand, mit dass man die Karten und Kreaturen ausspielt und dann kann man sie aber zurück in seine Reserve nehmen und sie dann nochmal für eine andere, ähm, Kosten dann nochmal ausspielen. Und dann geht sie aber komplett raus. Muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Ja, aber ich glaub, ich bin bedient. Ja. Also, ich fand's tatsächlich, ähm, ich find's, glaube ich, immer noch sehr, sehr cool. Ich find das Artwork richtig schön. Mhm, total. Was ich zum Beispiel bei Unlimited mitunter recht schwach finde. Ja. Also, die Unlimited-Artworks sind von den drei, die jetzt gerade im Rennen sind hier, Lorkana, ähm, Altered und eben Unlimited, hat Star Wars. Leider die echt schwächsten Artworks. Mit Abstand. Wirklich mit großem Abstand. Ja. Und das ist, find ich, ein bisschen schade, weil da sind ein paar dabei, die ganz cool sind, aber die breite Masse ist einfach nur bestenfalls okay und ein solider Bodensatz ist einfach nur eine Frechheit. Ich sage immer noch der Chewbacca. Ich weiß nicht, ob es der Commander Chewbacca ist. Die Chewie-Schnecke. Ja, das ist nicht der Commander, das ist, glaub ich, einfach die Kreatur. Nee, das ist, glaub ich, der normale, ja. Der Chewbacca. Alter, war Walter, das Ding sieht ja nicht mal aus wie Chewbacca. Naja. Ich fand auch die Amidala, die Padme-Amidala-Karte, fand ich, hat halt auch die jetzt irgendwie gepreviewt worden. Die hatte einfach nichts mit Amidala zu tun, optisch. Ich weiß nicht, was da los war. Aber hey. Naja. Ja, die wollen halt echt einen relativ simplen Cartoon-Stil haben, ne? Ja. Ja, find ich ein bisschen schade. Aber naja. Ich find's aber trotzdem gut, dass sie keine Fotos oder Screenshots aus den Filmen nutzen. Das wurde ja früher viel bei solchen Kartenspielen gemacht und das wirkt irgendwie immer sehr, sehr schnell aus der Zeit gefallen, find ich. Deswegen, ich find's schon gut, dass sie schon Artworks machen. Aber ich weiß nicht, ob der Stil, also, nimm's mir nicht übel, aber ich hab, bei Unlimited, auch wenn ich jetzt tatsächlich auch mit ein paar Booster noch dazugeholt hab und wir beide das ja auch spielen wollen und auch Spaß daran haben, wirkt es doch in vieler Hinsicht so ein bisschen wie ein Cash-Grab. Lass uns hier und da die Kosten niedrig halten, damit wir ordentlich rausballern können. Weiß nicht. Ja, kommt mir manchmal in der Tat auch so vor. Ich find, da ist nicht immer maximaler Effort reingeflossen in das Design gerade. Also, das Balancing und Spielmechaniken an sich, find ich, also, Balancing kann ich nicht einschätzen. Spielmechaniken an sich find ich gut, aber ausbaufähig. Gerade, wenn wir jetzt, ich hab am Wochenende wieder ein paar Runden Magic Commander so passiv mitverfolgt oder beim letzten Spieleabend. Ungelogen, da preschen auch Leute auf mich ein die letzten Wochen, dass ich ja unbedingt das mal ausprobieren soll. So viele Leute. Ja, es ist schon ganz cool, aber nur pre-constructed. Und auch da gibt es einfach ein Power-Gefälle. Also, du kannst halt auch ein Precon-Deck kriegen, was wirklich gut ist. Und es gibt aber Precon-Decks, die echt mäßig sind. Also, ich krieg gefühlt bei uns schon immer mit, dass ein paar Leute einfach, also, gerade, es gibt ein, zwei Spieler bei uns, die wirklich Geld in ihre Decks stecken. Ähm, und wenn die wollen, wischen die mit den Casual-Spielern, die Precon-Spielen, den Boden auf. Also, das ist, da wird dann halt mal ein Kumpel von mir hat 300 Euro für ein Land ausgegeben bei Magic. Weil es ist halt ein Land, was zwei verschiedene Mana-Sorten erzeugt und nicht getappt ins Spiel kommt. Alle anderen Dual-Länder kommen halt in der Regel getappt ins Spiel. Das halt nicht. Das heißt, dass du spielst es und es ist sofort einsetzbar. Es geht dir um ein Mana, was du eine Runde früher kriegst. Aber es ist ja trotzdem Pay-to-Win, ne? Klar. Ich mein, das Training hat ja eh. Ja, logisch. Auch die meisten Menschen der Wargaming sind ja Pay-to-Win. Also, ich mein, im Endeffekt, das, was wir uns bei den Videospielen beschweren, dass dieses ganze Pay-to-Win-Micro-Transactions reinkommen. Wir spielen seit Jahrzehnten Spiele, deren Inbegriff diese Idee des Verkaufens ist. Ja, man muss die stärksten Armeen, die der Codex aktuell hergibt, halt auch erstmal kaufen. Ganz genau, ganz genau. Ja, also, ich weiß nicht, Commander interessiert mich ja total. Also, gerade auch, ehrlich gesagt, die Warmer 40.000 Commander-Dinger. Ja, aber ich möchte, ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt die letzten mehreren Wochen so teuer für mich war, kann ich da ein Geld reinstecken. Also, wenn mir das jemand mal sponsern möchte, ja, und dann hier eine Erwähnung zu bekommen oder so. Wir sind gerne dabei. Wir verkaufen unsere Seelen auch für Commander-Decks von Magic. Wir sind ja alles kleine Prostituierte hier. Nein, aber mal ganz im Ernst. Momentan ist mir wirklich das Geld zu teuer. Ja, und ich habe auch, also, ich habe ja ein, zwei Commander-Decks, ich habe ja ein, zwei Commander-Decks und ich habe die teilweise alle noch nicht gespielt. Und, ähm, was ich jetzt mal machen wollte, ist tatsächlich mal mich irgendwie durcharbeiten und ein paar Elfen-Karten mir noch kaufen, um zumindest mal, weil ich habe früher Elfen total gerne gespielt im Standardformat, im Klassischen. Ähm, aber das Problem ist, da durfte man in einem 60-Karten-Deck jede Karte viermal drin haben. Und dementsprechend, ich habe halt nicht genügend verschiedene Elfen-Karten. Ich dachte, Commander-Decks waren die, wo die Karten nur einmal drin waren. Genau, Commander sind jede Karte nur einmal und 100 Karten. Aber früher war halt das Standardformat 60 Karten und jede Karte bis zu viermal. Da habe ich auch damals gespielt, ja. Genau, dementsprechend habe ich da aber halt maximal 20 verschiedene Karten drin gehabt. Ähm, und damit kommst du halt für einen Commander nicht weit. Das heißt, ich muss mir jetzt einfach noch Sachen holen, die einen Elfen-Kommander, äh, voll machen. Meinst du, also ich habe tatsächlich noch meine Karten von früher, die alle so zu der Zeit, ich weiß nicht, welche Edition das waren, aber wo die Zeit, wo Ice Age war? Also Mitte der 90er. Oh! Ob die heute, ob die heute überhaupt noch spielbar sind? Also ich kann mir vorstellen, dass auch bei Magic wahrscheinlich im Laufe der Jahrzehnte, dass da so ein Machtgefälle war. Alles, was neu ist, ist stärker. Ich kann mir vorstellen, dass die in keinster Weise mehr Wettbewerbsfähig sind. Ja, oder sie sind auf irgendeiner Basis völlig drüber. Aber ich weiß es nicht, du fragst den Falschen. Auch das gerne unsere Magic-Fans in der Community. Schreibt mal in die Kommentare, ob Dennis mit seinem alten Kram noch einen Blumentopf gewinnt dieses Jahr. Oder ob das eher nichts mehr wird. Gucken wir mal. Ich bin da immer sehr gespannt. Es juckt ja immer wieder mit Magic. Irgendwie so alle paar Jahre kommt immer so dieses, ah, machst du wieder? Aber bisher konnte ich mich immer zurückhalten. Ja. Ich bin gespannt. Ich hab mir letztens noch eins gekauft auf dem Second-Hand-Markt. Da gab's so ein rot-weißes Commander-Deck für ein Zwanni, glaub ich, inklusive Deckbox oder so. Oder die Deckbox war noch für einen kleinen Euro dabei. Und dann hab ich mir das geholt, um mehr Auswahl zu haben. Oh klar, aber das ist doch vollkommen okay. Ja, und diese Präsentation war zweigeteilt, wie letztes Jahr auch, wenn ihr die letzte Spielfolge von uns gehört habt. Da gab es nämlich noch eine Präsentation von Gamejanic hinten dran. Die war dieses Mal aber besser. Weil sie um, ich sag mal, 20 Minuten kürzer war. Ja, im Endeffekt wurden wieder ... 20 Minuten weniger Infos über Token und Kartenhüllen. Ja, Token, genau, Kartenhüllen. Jetzt ganz neu, es kommen Matten raus, Foylt-Matten, also Spielmatten, die Foylt sind. World Premier, ein Kumpel von mir sagt ja auch, ja, schick, aber die hat Hersteller XY auch schon seit ein paar Jahren. Foylt-Matten. Und dann haben sie noch irgendwas, also ich hab dann irgendwann auch so ein bisschen abgeschaltet. Und um mich rum hat man auch gemerkt, dass die Leute irgendwie sehr belustigt waren. Weil, ne, also klar, die müssen den Kram verkaufen. Aber da wird halt immer so ein bisschen ein zu viel Marketing-Sprech nochmal oben raufgepackt. Also wirklich zu viel. Eine ganze Schippe. Und dann war da irgendwas, dass sie dann Spielmatten dann irgendwie haben. Also diese Neueprenmatten, die dann jetzt am Rand keine höhere Naht haben, sondern genauso hoch ist die Naht wie die Spielfläche, damit man jetzt endlich problemlos spielen kann. Ich mein, wer kennt's nicht? Das Verletzungsrisiko vorher war wild. Die gebrochenen Finger, die Karten, die kaputt sind, nur wegen erhöhten Karten, äh, Mattenrändern. Ja, vielleicht bin ich auch einfach zu tief, nicht, oder nicht zu tief drin, um dort die Problematik zu sehen. Ja, ist klar, musste gemacht werden, damit man natürlich auch die passenden Neuheiten zu den neuen Releases hat, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das war dieses Mal auch erträglich. Und zumindest weiß ich jetzt, dass sie jetzt voll Matten haben. Ja. Aber es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Ja, die kommen wahrscheinlich auch erst irgendwann nächstes Jahr. Ich nehme an, dass es... Genau. Du nächstes Jahr in den Genuss kommen wirst. Ach, ich hoffe doch. Du doch bitte auch, damit wir über die Setzkästen reden. Ja. Aber apropos Genuss. Ich war gestern auf einem Konzert endlich mal wieder. Oh. Ja, weil wir müssen ja auch jede Folge so ein bisschen über Musik reden. Das ist im Vertrag so festgeschrieben. Richtig. Ich war gestern in München zusammen mit Sarah und Laszlo und einem anderen Kumpel, der kurzfristig eingesprungen ist, weil der, der ursprünglich mitwollte, leider krank ausgefallen ist und der dann einen Tag vorher erfahren hat, dass er zu Camelot geht und von denen vorher noch nie was gehört hat. Ach. Ja. Oha. Ja. Aber, genau. Und dann waren wir in München im Backstage und haben uns da das Camelot Europa-Tour, einen Teil der Camelot Europa-Tour gegeben, weil die kommen ja aus Florida, sind dementsprechend nicht so oft hier. Tatsächlich kommen die aus Florida? Ich hab nicht immer irgendwo Italien verortet. Warum auch immer. Die Gründungsmitglieder kommen aus Florida, aus Tampa, glaub ich. Und der Sänger ist aus Schweden. Vielleicht deswegen. Ja. Aber ist auch Italien. Alles Mailand oder Madrid, du weißt Bescheid. Und, nee, das war ziemlich cool. Also es waren drei Vorbands. Wir haben uns hinterher darauf geeinigt, das war mindestens eine zu viel. Wer waren die Vorbands? Frozen Crown. Okay, ja, kenn ich. Black Briar und Ad Infinitum. Ja. Also es sind drei Female-Fronted-Bands, wo man dann schon so ein bisschen, ich hab nichts gegen Female-Fronted-Metal, im Gegenteil, aber das ist schon sehr gefühlt, irgendwann wird das so eine Soße. Das Problem, was ich zusätzlich hatte, ist, dass bei Frozen Crown einfach alles gleich klingt. Ich verstehe auch den Appeal, den diese Band hat, nicht, weil die werden ja immer ziemlich gehypt gefühlt. Also die als das neue, große, das ist jetzt das, der Female-Power-Metal oder Heavy-Metal, wie auch immer. Und ich finde die einfach nur langweilig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann ich hab sie auch immer live gesehen. Die sind alle fit, aber die Sängerin ist toll, charismatisch und alles, aber die haben halt keine guten Songs gefühlt oder die haben einen guten Song und jeder andere Song klingt irgendwie schlechter und gleich. Ja, also genau, das dachte ich nämlich damals auch ohne, also ich wollte es nicht böse, weil ich dachte, die Musik ist gut. Ja, aber irgendwie kennst du einen, kennst du fast alles und ich finde nach, also die waren die erste Vorband, haben also, keine Ahnung, fünf, sechs Songs gespielt und dann war Schluss, das ist dann okay. Aber Blackbriar hatten ein ähnliches Problem, die klangen so ein bisschen wie früher Within Temptation. Also die Sängerin, auch wie eine junge Sharon den Adel, super Sängerin, keine Frage, hin und wieder ein bisschen sehr gehaucht und geschmachtet und sehr pathetisch. Der Bassist, den hat meine Frau sofort gefressen gehabt, weil der war total selbstverliebt unterwegs, hat sich selber mit dem Handy gefilmt, während er gespielt hat. Du hast das Gefühl, der hat nichts zu tun gehabt auf der Bühne. Ich meine, es ist jetzt fies, das könnte man jetzt über viele Bassisten sagen wahrscheinlich, aber er war halt auch tatsächlich so, du hast das Gefühl, er ist halt auf der Bühne und findet das gerade mega cool, dass er auf einer Bühne ist und muss noch seiner Insta-Follower Freundschaft und der Oma ein Video schicken und hat halt zwischendrin mega die großen Gesten und dann immer wieder so ein bisschen mit der Sängerin geflirtet. Ich habe hinterher die These aufgestellt, dass die zusammen sind. Meine Frau hat gesagt, niemals, der ist so schwul, dass keine Ahnung, jetzt gibt es die zwei Optionen stehen im Raum. Entweder er hat was mit der Sängerin oder er ist schwul und sie weiß das. Aber es war wirklich, es war amüsant zu gucken. Es war musikalisch cool, spannender als Frozen Crown, fand ich. Aber definitiv die beste Vorband war Ad Infinitum, weil die am abwechslungsreichsten sind und ich die Sängerin echt gut finde, Melissa Bonny. Du kennst den alten Musikerwitz, ne? Wie heißen die Typen, die mit den Bands rumhängen? Schlagzeuger. Bassisten. Bassisten, ich kenne es mit Schlagzeugern. Die Schlagzeuger kommen immer nach hinten, weil das die hässlichsten sind aus der Band. Irgendwie so war das. Ja, nee, Ad Infinitum waren okay. Das gewinnt, finde ich, schon so ein bisschen dadurch, dass sie halt diesen Clean- und Graul-Gesang beides kann und beides macht. Das muss ich auch sagen, dadurch gewinnen sie ein bisschen, weil sie sich dadurch durch den Einheitsbrei ein bisschen rauskriegen. Man muss aber natürlich sagen, Female-Fronted existiert als Genre ja nun mal gar nicht eigentlich. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt, ja, also, keine Ahnung. Arch-Enemy klingen anders als Nightwish. Ja, ja, genau. Arch-Enemy oder, oder, äh, Cripper damals, beziehungsweise, wie heißen sie jetzt heute aus Hannover? Ich hab auch immer einen Pulli davon. Ha, vergessen. Egal. Ähm. Gott, es ist, es tut mir so leid. Du bist alt. Ich bin, ich bin, ich bin so im Eimer. Ich bin, nach diesen, nach diesen drei Wochen. Und, ach. Och, und morgen ist, äh, also ich hab, morgen ist der erste freie Tag für mich, wo ich dann mal in Ruhe im Büro sein kann und räumen kann. Ja, sehr gut. Ja. Ne, aber Hauptband waren dann Camelot und Camelot waren super. Also, ich fände, der Sound im Backstage war jetzt nicht so der Knaller. Der war ziemlich verwaschen, ähm, hier und da. Was, in einer Band, die so, ähm, vielschichtig und, ähm, künstlerisch quasi Musik und macht wie Camelot an vielen Stellen, ähm, das wurde denen nicht so ganz gerecht. Ähm, ich hätte mir da einen klareren Sound mit, ähm, klarer unterscheidbar, zum Beispiel das Keyboard und auch der Gesang gewünscht. Aber, ähm, das sind da Luxusprobleme. Es war super, es war eine super Show und hat echt Spaß gemacht. Ja, okay. So, Hi-Riz hieß die Band. So, nochmal jetzt damit was abschließen. Hi-Riz, die ich meine, äh, mit der Supersängerin Britta Gertz, großartig. Äh, ja, und wie war denn, also, Halo, ähm, Halo-Effekt, nicht, sag ich, oh Gott. Nein, die haben, Camelot haben ein Album rausgebracht, das irgendwie Halo hieß und das hab ich, das ist bei mir im Regal. The Black Halo, ja. The Black Halo, genau. Und deswegen komme ich jetzt total auf Halo-Effekt, total dumm. Die waren aber gut am Ende, ja? Äh, Camelot waren super. Also, wie gesagt, viel von den letzten Alben gespielt, haben auch von der Black Halo was gespielt, unter anderem March of Mephisto, wo dann Melissa Bonny dann den Part von Chagrat gesungen hat. Also, bei March of Mephisto singt ja Chagrat von Dimo Borgir, normalerweise das Gekraule für Mephisto. Und das hat einfach Melissa Bonny übernommen. Geil. Und, ähm, das war schon ganz cool. Ähm, nee, war super. Die waren, haben wirklich Spaß gemacht. Und zwischendrin haben wir noch den Geburtstag vom Bassisten gefeiert, von denen, der nämlich an diesem Tag Geburtstag hatte. Da wurde noch ein Tablett mit Kurzen auf die Bühne gebracht. Und er war sehr, sehr, sehr gerührt. Die ganze Halle hat Happy Birthday gesungen, war super. Spaß. Auf die, ehrlich gesagt, auf die hätte ich tatsächlich auch mal Bock. Die sind super. Also, ich kann die wirklich nur empfehlen. Je besser der Sound in der Halle ist, desto doppelt gut natürlich, aber die sind generell eine tolle Band. Ja, okay. Ja, ich, 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 ich hab, guck grad, ob die irgendwie hier nochmal ankommen, aber wahrscheinlich, ich, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich hätte da auf jeden Fall auch mal Bock, weil ich, wie gesagt, ich hatte den Black Halo, das, das Album damals, und ich fand die richtig, richtig gut. Hab die aber über die Jahre sehr stark aus den Augen verloren. Ja, also die, die haben auch, ich fand auch bei dem ganzen Konzert war kein eigentlich schwacher Song dabei. Also, am Schluss ein bisschen viel, ähm, noch ein ausuferndes Schlagzeug-Solo und dann noch hier so ein bisschen die Band vorstellen. Das hätte man ein bisschen kürzer fassen können, gefühlt. Dann hat noch kurz der Sänger ein bisschen Klavier gespielt. Aber, ähm, letzten Endes, das ist das Einzige. Das ist am Ende ein bisschen, ähm, da hätte man schneller zum Schluss kommen können. Aber fand ich jetzt auch nicht störend. Haben sie denn wenigstens ein richtiges Klavier auf dem, auf der Bühne? Äh, nee, E-Piano. Oder Keyboard? E-Piano. E-Piano. Ja, weil Flash, Flash, God Apocalypse machen das ja. Die schleppen wirklich ein richtiges Klavier auf die Bühne. Da freuen sich die Roadies jeden Tag. Jeden Tag. Aber auch, das ist aber eine extrem geile Live-Band, ne? Ja. Also, hast du Flash, God Apocalypse mal live gesehen? Nee, noch nicht gesehen. Also, ich mein, das ist ja sowieso so eine, so eine Musik, da musst du dich auch ein bisschen reinhören, weil das erstmal extrem viel Geballer ist, ne? Also, das ist wie so ein, ähm, wie so ein Geräuscheteppich, weil die aber sehr schnell, sehr schnell Drum haben. Aber da ist halt, da ist auch krass Melodie mit drin, ähm, er hat natürlich hartes Gegrole, ähm, mit bei und dann ist es immer so ein Part Gegrole und dann kommt einfach wirklich so eine Opernsängerin rein und bringt auch so ein paar Parts und zumindest damals, als ich sie live gesehen habe, ein paar Male, war das wirklich noch so eine, so eine sehr ausladende Walküre und der Spruch des Konzertes erst vorbei, wenn die dicke Frau aufhört zu singen, war eins zu eins da. Großartig. Und dann haben sie echt noch richtiges Klavier auf der Bühne gehabt und zwischen den, äh, zwischen den Songs, äh, fängt der Sänger an, seine Gedichte vorzutragen. Und sie alle, und sie alle hart pathetisch in ihren viktorianischen Outfits, die ein bisschen ein Hervor gemacht sind, also geh auf ein Konzert von Flashback und Apocalypse, aber dreh dich von der Bühne weg, dann hast du ein richtig geiles Konzert. Wenn du dir anguckst, ist es schwierig, aber weil es ein bisschen zu drüber ist, ne, also die, 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 die Form jetzt ist ein bisschen zu weit drüber, aber die hauen auch richtig rein, die haben sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke mir, jetzt, jetzt am Freitag bin ich auch wieder beim Konzert, ich gucke mir Neoblivis Caris an. Hattest du schon mal erzählt, ja. Ja, ja, da freue ich mich total drauf. Die habe ich, äh, die habe ich auch das letzte Mal vor fünf Jahren oder sechs Jahren gesehen. Cool. War das das Konzert, wo du gar nicht sicher warst, ob es überhaupt stattfindet, weil die Location, ähm, eventuell zumacht oder was war das? Richtig, genau. Ja, ja, genau. Aber das findet auf einer anderen Location statt und witzigerweise vor zwei Wochen kam plötzlich ein Nachricht vom Veranstalter, ja, äh, hier, die Veranstaltung, äh, terminlich Abänderung. Ich so, oh, oh. Und dann gucke ich rauf, es wurde eine Stunde nach vorne gezogen. Na gut. Ich hatte um 19 Uhr geht es um 18 Uhr los, wo ich dachte so, uh, gut, dass sie dann diese Info weitergeben. Schön, dass sie darauf hinweisen. Aber ich habe auch gedacht, so, oh, oh, schade. Ticket zurück. Naja. Ja, sonst kann ich, sonst kann ich musikalisch nicht so wie du tatsächlich, äh, jetzt irgendwas auf unsere Liste, auf unsere Playlist packen, auf unsere Musikliste. Was ich, also während der Autofahrt haben wir natürlich für Musik gehört, aber jetzt nichts Großspezielles, wo ich sage, das ist für mich eine Neuerkenntnis, oder wo ich denke, jetzt bin ich irgendwo mal wieder drin. Ich würde für unsere Liste einfach von Louis Armstrong, What a Wonderful World, reinpacken, weil während der Polaris Auf- und Abbauzeiten jeden Morgen und jeden Abend irgendwie hatte ich den Ohrwurm und habe das dann jeden Morgen und Abend schön laut gespielt, während alle um uns herum dann komisch geguckt haben. Sehr schön. Ja, dann haue ich ein bisschen was von Camelot wahrscheinlich rein und mal gucken, was ich vielleicht sonst noch finde. Ich habe ansonsten nämlich vor allem den Podcast von Julian Bamadri so gehört, Hobbylos. Da habe ich in letzter Zeit bei langen Bahnfahrten, immer mal wieder habe ich mir da mehrere Folgen reingezogen. Kann er was? Und ich finde ihn wild, weil die zwei schon ziemlich drüber sind an ein, zwei Stellen, aber es ist lustig anzuhören. Also wenn man mit Julian Bamadri so so ein bisschen was anfangen kann, ist das amüsant, unterhaltsam, aber auch ein bisschen durchgeknallt hier und da. Also ich finde beide ja, jeder von den beiden Personen grundsätzlich sehr solide und sehr sympathisch, zumindest so, was man in der Öffentlichkeit halt von denen mitbekommt. Ich habe einmal den Podcast reingehört und kam irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht, weil die einfach zu viel über Themen gesprochen haben, die schon einige Folgen vorher waren und ich deswegen nicht folgen konnte, worum es eigentlich ging. Es ist sehr wild, auch die Tatsache, sie fangen ja immer komplett ohne irgendeine Einleitung an. Der Podcast fängt an und sie reden los über irgendwas. Zum Beispiel darüber, ob, keine Ahnung, Person XY gegen Rezos Mutter gewinnen würde, wenn Rezos Mutter eine Gatling-Gun hat, die Babys verschießt. Okay, also gottlos auf Mutter gehen hier. Ich weiß es nicht, aber da war ich kurz verloren bei der Folge. Da wusste ich nicht, was die mir damit sagen wollen. Ich hasse den Lava-Podcast. Ja, ja. Aber weil wir ja einen Punkt haben immer, ich fall dir jetzt knallhart ins Wort. Wir haben ja immer noch einen Punkt, was haben wir eingekauft? Und wir waren auf der Spiel, was haben wir eingekauft? Ich würde anfangen und würde es wirklich sehr, sehr kurz machen, weil ich habe ein riesiges Video gemacht darüber, das ging fast 30 Minuten, mein Fazit zum Spiel. Und was ich gekauft habe, das würde ich hier jetzt ungern einfach wiederholen und würde schamlos sagen, guckt euch gerne das Video von mir auf Diced an, Tabletop Horsch, G2024. Das können wir gerne verlinken, weil ich glaube, das ist da ein bisschen komprimierter und dann müssen wir es nicht doppelt haben. Und dann können wir uns ein bisschen mehr auf Christian fokussieren, was ja eh die sympathischeren und 50 Prozent dieses Podcasts sind. Unbedingt. Sagt wer. Den Kommentar nach zu urteilen, definitiv. Ach, komm. Ach, ich würde das, ich kann damit leben. Am Ende des Tages muss ich damit leben, dass mich halt nicht jeder mögen kann. Und das ist okay. Da müssen wir beide halt durch. Also nicht wir beide, sondern die, die mich nicht mögen und ich. Ich habe auf das Spiel gar nicht so richtig viel gekauft, tatsächlich. Ich habe natürlich ein bisschen was mitgebracht, was bei uns irgendwann demnächst mal in ein Review fließen wird. Zum Beispiel, genau wie bei dir, die Ignun für Rapture, also die neuste Fraktion für Rapture, die tatsächlich auch nicht ich machen werde, weil ich bei Rapture schon so viel habe. Unter anderem, wir haben auch die Engel. Und dementsprechend wird die wahrscheinlich der Marke. Du hast auch die Engel, ne? Ja, ich habe auch die Engel. Meine Metallengel, weil ich die so ganz metallisch bemalt habe. Also sie sind bei mir alle silbern. Du wolltest die Engel auch nur aus dem Grund haben, weil es weniger Modelle sind als bei den anderen. Ja, ich finde sie tatsächlich auch optisch die coolsten. Ich habe aber auch noch die New World Order hier. Die ist eigentlich noch nicht bemalt. Die Grundbox, die Startup-Box der Atlante sind bei mir bemalt. Die habe ich tatsächlich in einer Nacht- und Nebelaktion bemalt, nur mit Contrast, Paint und Instant Colors von Scale. Glaube ich aber auch, dass es bei denen gut funktioniert. Total. Also bin ich, sehe ich, ja. Die hat bei uns der Laszlo. Also der hat die Atlantis-Fraktion. Genau, also dir gab es dann, genau auch wie bei dir, Takure ein Grundset. Auch das wird sich ein Kollege aus der Redaktion anschauen, was mich so ein bisschen entlastet. Finde ich gut. Was ich mir aber gekauft habe, einfach nur so völlig sinnlos eigentlich. Wir waren am Stand von One-Page-Rules und, ah, ich mag One-Page-Rules, ich spiele das sehr gerne. Ja, und dann hatten die da halt so einen kleinen Skirmish-Starter für Firefight vom Saurian-Star-Host, also den Weltraum-Echsen, die du ja, glaube ich, bei der Roadtour, hast du die gehabt? Nee, bei der Roadtour habe ich nicht mitgemacht, das war Steffbert. Ah, Steffbert hatte die, genau. Und genau, der gab es für, ich glaube, was waren es, 40 Euro, eine 300-Punkte-Box, wo dann irgendwie zehn Modelle irgendwie drin waren, darunter ein so großes Raketenwerferrücken-Krokodil. Ich glaube, sechs von den kleineren, ein Held oder so, ich bin nicht ganz sicher. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, das nimmst du mit. Ich mag die Modelle, ich bin zu faul, um sie mir auszudrucken an ein, zwei Stellen. Ich habe die Dateien auch nicht, ich weiß, dass du die hast, aber ich habe gedacht, ich nehme die jetzt einfach mal mit und male da so eine kleine Testbande zusammen. Und das werde ich mittelfristig tun. Und damit hast du eine gute kleine Firma unterstützt, ist das schön. Ja, genau, fand ich auch. Fand ich also auch eine potenziell gute Idee. Ansonsten habe ich gar nicht so arg viel mitgenommen von der Spiele. Ich habe mir noch ein Brettspiel gekauft und zwar, weil ich der Familie eben auch noch so ein bisschen was mitbringen wollte. Habe ich noch nach dem Spiel gesucht, was man auch mit den Kids spielen kann und bin dann bei Pfad der Elemente gelandet. Das ist so ein kleines Indie-Spiel von so einer kleineren Schmiede. Magellan heißen die. Da ist aber auch die Ideenschmiede dabei, die hier aus Memmingen kommt, wo eine Freundin von mir dran mitarbeitet. Und das ist so ein Lege- und Taktik-Spiel, wo man versucht, die Götter der vier Elemente auf seine Seite zu ziehen. Das macht einen ganz coolen Eindruck und ist ab sechs Jahren wohl zu meistern. Und dann denke ich, dass wir das hier irgendwann mal bei einem Familienspieleabend machen werden. Und ansonsten habe ich noch ein paar Würfel mir mitgenommen, weil meine Kinder lieben Würfel und dann haben die jeweils ein paar Würfel noch mitgebracht bekommen und dann war das auch okay. Cool. Ja, aber mehr gab es eigentlich nicht. Ja, aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Also ich merke auch, dass ich eigentlich immer weniger wirklich kaufe. Also ich habe auch, ähnlich wie du, viel Sachen für Rezensionsmaterialien dann auch mitbekommen. Bei der Geschichte, ich hatte das Nanolith hier mal gespielt. Da war ich ja, das hatte ich ja im Video auch gesagt, da hatte ich ja das Gefühl gehabt, dass ich ein ganz anderes Spiel dort, das mich da erwartet und war vollkommen überrascht, was es dann im Endeffekt doch für ein Spiel war. Und zwar nicht einfach nur ein Cyberpunk-Dungeon-Crawler, sondern so ein Ding mit Escape-Room-Bildern kombiniert mit Final-Fantasy-artigen Kampfsystemen, Ideen, Encounter, die dann mit Figuren gespielt werden und viel Story, die dann sowohl in Texten als auch in Comics irgendwie vorgetragen werden. Also ein mega ambitioniertes Ding, was jetzt auch spielerisch in den Demospielen, was wir gespielt haben, echt gut war. Und die Kollegen wollten mir, dann haben sie gesagt, ach hier, schenken wir dir das Spiel. Wo ich dann sagte so, boah, ich kann euch ehrlich gesagt nicht garantieren, wann ich dazu einen Review oder ob ich dazu einen Review machen kann, ob es dann irgendwie hundertprozentig reinpasst, auch zeitlich. Und das war mega großzügig, es war richtig, richtig großzügig von New York City. Es sind ja auch nur drei Leute, weißt du. Das sind drei Leute, die das Ding 2018 oder 2019 über Kickstarter finanziert haben. Dann kam die Pandemie, dann kam der Krieg gegen die Ukraine da mit rein und die Preise haben sich einfach so erhöht für die. Und die haben einfach wirklich gesagt, ja, wir wollen die Preise und auch die Versandkosten für die Bäcker nicht weiter erhöhen und machen das auf eigene Kosten. Und da habe ich dann gesagt, ey Leute, dann lasst mich wenigstens in einem gewissen Teil dann irgendwie bezahlen. Also so ganz dann abschlagen. Man will ja auch nicht beleidigend sein, weil einige Leute, also das habe ich auch schon gehabt, einige Leute waren sehr, sehr beleidigt, als man gesagt hat, nee, da möchte ich es lieber bezahlen, ich möchte es nicht geschenkt haben. Da habe ich dann zumindest gesagt, dann gibt mir eine gewisse Differenz irgendwie dazu. Dann, äh, es ist, man, also das ist natürlich jetzt so eine, das kann natürlich auch mega arrogant und sehr, ja, privilegiert rüberkommen. Aber man, man merkt so, ähm, dass es doch so eine gewisse Art von, von Gesichtswahrung dann irgendwie auch gibt in diesem, komm, ich möchte dir was geben. Also das kenne ich jetzt bei Unwindspielen dann zum Beispiel oder wenn ich jetzt auch Figuren habe, ich möchte Leuten dann, sagt er, komm, ich schenke dir was. Und die dann auch sagen, oh, das kann ich irgendwie nicht annehmen und so. Und das ist doch so eine Art von Gesichtswahrung irgendwie gibt. Dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir irgendwie, ich zahle euch trotzdem was, aber machen da eine Differenz. Und jetzt habe ich das Spiel hier stehen und ich habe da richtig Bock, das zu zocken, weil das ist, also es war wirklich gut. Und, ja, irgendwie das Grundspiel plus die, 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 ähm, Supererweiterung, das ist, keine Ahnung, die Deluxe-Erweiterung, die, es gab für 150 Euro. Und allein das Grundspiel hat schon echt einen krassen, äh, Inhalt, ne? Die haben halt im Grundspiel keine 3D-Figuren drin, aber die haben halt Acryl-Standys da drin. Ja, die auch echt hübsch sind. Total. Und die Acryl-Standys sind halt auch bedruckt farblich, da sind halt Grafiken drauf. Und das ist aber nochmal was ganz anderes als andere, die einfach da nur Miebel zum Beispiel drin haben oder Holzfiguren oder einfach, oder Papp-Aufständer, Papp-Standys. Und das macht schon echt eine ganze Menge aus. Und in der Deluxe-Fassung hast du dann auch die, 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 ähm, Character-Screens, die sind in Acryl dann auch. Das ist sehr, sehr edel. Also, es ist schon, schon mega cool. Und das hat mich, das Spiel hat mich sehr, sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, Manolo zu spielen, das ist auf jeden Fall nicht nur ein Blick wert, sondern ich glaub, zwei meiner Kollegen, die da waren, den hab ich so davon vorgeschwärmt, dass sie's, also der eine hat's mit mir mitgespielt, der ist gleich am gleichen Tag gekauft. Und ein Kollege, der dann gesehen hat, dass wir beide das mitgenommen haben, der ist am nächsten Tag hingegangen, aber wenn ihr euch das kauft, ich hol mir das auch sofort. Der war auch schon so voll aus ihnen. Ja, der Laszlo hat das gekickstartet. Ah ja, cool. Laszlo hat das als Kickstarter-Paket zu Hause, ja. Also, müssen wir dann wohl auch tatsächlich mal spielen. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob man das auch vielleicht alleine spielen kann. Das wäre interessant. Weiß ich auch nicht. Also, theoretisch, weil man ja gegen das System spielt, wäre das möglich, aber da müsste man auch alle vier Charaktere spielen. Ja. Ja, mal gucken. Ja, mal schauen. So, also, weiter geh ich auch gar nicht auf meine Einkäufe bei der Spiel ein. Nein, ich könnte meinen Loot von der Polaris hier mit reinbringen. Ja, unbedingt. Dann ziehen wir das von der Polaris ein bisschen vor, weil dann kann ich hier so ein bisschen über Sachen reden, die nicht so lange dauern und die dann auch nicht irgendwie doppelt gemoppelt sind. Ich hab ein bisschen Tabletop-Kram geholt. Ich hab mir von Conquest was gekauft. Und zwar von den Spires die Desolation Drones. Ich muss gerade nach hinten gucken, weil ich die hier hinten stehen hab. Da kann ich's ablesen, weil ich gerade nicht will. Sie haben so viele Drohnen. Die Desolation Drones, da hab ich schon eine Box von. Aber ich wollte dann auf jeden Fall nochmal eine zweite von haben, weil ich die Idee lustig finde, einfach so ein Regiment mit Drohnen mit Flammenwerfern nach vorne zu schicken und die Spires jetzt die Tage, wo dieser Podcast rauskommt, irgendwie ein Overhaul kriegen, was die Regeln angeht. Und man munkelt, dass die Desolation Drones bei den Spires für Conquest Last Argument of Kings, also bei dem Massenspielsystem, dass die da Mainstay von einem Charakter werden. Das heißt, es ist ja unterteilt, was du mitnehmen kannst in Charaktere und Charaktere haben Mainstay-Einheiten und Restricted-Einheiten. Und wenn du eine Restricted-Einheit mitnehmen möchtest, musst du mindestens eine Mainstay-Einheit dabei haben. Also pro Restricted eine Mainstay. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, alles klar, du kannst diese Desolation Drones als Mainstay nehmen, dann kannst du theoretisch eine komplette Fernkampfarmee aufbauen, die nicht nur aus Brutes, also nicht nur aus großen Monstern bestehen. Weil die Möglichkeit hatten sie jetzt mit diesen Leonin-Avataras. Aber das finde ich durchaus interessant, dass man vielleicht mal eine reine Fernkampfarmee-Liste spielt mit den Spires. Keine Ahnung. Ja. Das habe ich mir mitgenommen. Auch grüße ich den raus an die beiden Jungs, die, oder an die beiden Jungs und das Mädel, die, die, ähm, Walkhorse, will ich sagen, so heißt die bei Infinity, die aber auf jeden Fall die, ähm, im Norddeutschland hier die ganzen Demo-Spiele und das alles geben, die waren halt auf der Polaris auch da. Und dann habe ich mir von Warscenary-Galeforce9 habe ich mir, ich sage es einfach wie es ist, 40k Plasma-Generatoren geholt. Weil es aber Galeforce9 ist, sind sie vorbemalt. Ja, ich glaube, die kenne ich sogar. Die sind aus, ich weiß nicht, aus welchem Material die sind. Ich könnte fast schon sagen, ich könnte fast schon glauben, dass die aus, ähm, ach Mensch, weißt du, woraus diese, diese einen Bases sind, nochmal? Es gab doch den einen, den einen Hersteller, der aus dem Modellbau eher kommt und, äh, irgendwann plötzlich Tabletop-Bases gemacht hat. Keramik, genau. Ah, ja, 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 diese Gießkeramik. Aha. Genau, ich glaube, ich glaube, dass diese, 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 ähm, Generatoren aus, aus Keramik sind. Zumindest riet es so ein bisschen und von, wenn man drauf tickt, also könnte sein. Und die sind aber komplett voll bemalt und die Generatoren in der Mitte, diese Stangen sind halt transparent. Das heißt, die kannst du schon wunderbar auf den Spieltisch stellen und hast gar keine Arbeit damit, ne? Ja, cool. Natürlich ist es jetzt nicht High-Quality bemalt, aber wahrscheinlich besser als was die meisten Leute auf den Tisch stellen, was Geländer angeht. Ich finde die Sachen generell nicht schlecht von denen. Und für unter 30 Euro, das ist ein guter Preis. Das ist ein wirklich guter Preis. Und das Interessante ist ja, dass, äh, das Design nicht selbst von, von Gale Force 9 kommt, sondern dass eine Kooperation War Scenery ist. Und War Scenery haben die Designs gemacht und das ist tatsächlich nochmal viel lustiger, viel schöner. War Scenery, ähm, machen ja hauptsächlich 3D-Druckgelände. Ja, STLs und so weiter und machen viel Alternativsachen für Star Wars Legion oder Star Wars insgesamt und für 40K. Und einen von denen kannte ich tatsächlich vorher schon zu meiner Zeit, als ich auswürdig bei GW war. Da war der nämlich einer von den Jungspunden bei uns im Laden, ähm, die da viel abgehangen haben. Und irgendwann treffe ich ihn auf einer, Jahre später, auf der Taktika und er erzählte so, als er das erste Mal irgendwie auf der Taktika war und ihre Sachen gezeigt haben. Ey, und jetzt haben die eine Kooperation mit, 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 mit Gale Force 9. Ich meine, wie geil ist das? Ja, cool. Finde ich voll gut. Ähm, ich finde, die haben auch echt schöne Sachen. Ähm, ich hab mir, glaube ich, das, ja, das waren schon die. Ich hab mir von denen, ähm, auch, die machen ja auch 3D-Gedruckte, so, ähm, Proxy-Helden für Star Wars Legion. Korrekt. Ähm, ähm, alle möglichen, sei es jetzt Twi'lek, Jedi und, ähm, was man halt, was man halt so braucht für seine Sammlung. Aber auch zum Beispiel normale Rebellensoldaten. Ja, und zwar richtig schöne. Ja. Äh, äh, Alternativ-Bits, um mehr Aliens in die, ähm, Rebellen zum Beispiel reinzubringen. Das war, fand ich auch sehr cool, ja. Und ich hab da auch noch 3 Sachen hier auf dem Schreibtisch. Also, ja, was ihr da aber gut hinbekommen, im Gegensatz zu anderen Leuten, die Proxys erstellen, dass sie exakt den Stil treffen, den Star Wars Legion-Figuren. Also, diesen leicht heroik-kreaturigen Stil, der aber nicht zu übertrieben ist. Und viele machen dann, sagen, alles klar, wir machen Proxys für Star Wars Legion, die sind dann aber ein True-Scale-Look. Und die passen voll rein, 100 Prozent. Ja. Also, bin ich schon auch, äh, Fan von denen, die machen coole Sachen. Also, grad für, grad Legion-Fans finden da immer was. Und, ähm, Fans von Legions Imperialis, das andere Legions-Spiel, weil, ähm, da machen sie auch richtig viel. Haben sie auch schon, während es Aeronautica oder Titanicus noch war, so, die haben richtig coole Landeplattformen im imperialen Design und so Späße. Da kann man richtig schöne Tische auch mitbauen. Oh, die hatten sogar, als wir unsere, äh, Star Wars Galore gemacht haben. Also, unsere, unsere Reihe, wie wir Star Wars Legion, X-Wing und Armada gleichzeitig gespielt haben und die alle irgendwie ineinander reingegriffen haben, die Spiele, die haben, äh, für uns tatsächlich einige der Geländeteile angefertigt und gemacht. Zum Beispiel die Turbolaser. Und für, für, wie heißen denn die, die, äh, also, für, für Armada, so eine, so eine Raumbasis. Und einige dieser, dieser Bits haben sie dann jetzt auch, oder einige dieser Teile, logischerweise haben sie mit ins Sortiment aufgenommen, ne? Also, das war, äh, was schon, die machen wirklich gute Sachen. Und sie haben jetzt auch, habe ich gesehen, Figuren, irgendwelche, ähm, gefallenen Soldaten des Imperiums für, für, äh, 40K. Ich, ich weiß nicht, Renegaten, genau, Renegaten. Die, nicht Kultisten, auch nicht Marines, sondern, ach, ich bin da nicht drin. Ich will da drin sein. Ich weiß, ich weiß, was alles ist, aber mir fallen die Namen halt nicht ein. Aber die sehen auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ja. Ja, ja, doch, da sind schöne Sachen dabei. Tja. Sonst habe ich viel Cola mitbekommen. Also, es waren, kamen wirklich drei, vier Leute zu mir an und haben mir Colas gegeben. Der Tabletop-Dad war da, der Joachim aus der DICE-Community. Und ich habe so viele Colas für den nächsten Livestreams zum Testen. Mega gut. Ja, unbedingt. Ja. Das ist doch schön. Ja, und einer hat mir, der hatte für Warhammer Fantasy, da gibt es diesen, diesen, ähm, diesen alten Tempel, der aus diesen Toren besteht, Toren und kaputten Säulen. Da hat er Teile von gehabt, da hat er mir schon drüber geschrieben, hat er gesagt, ach, komm, ich brauche die nicht, die setzen Staub an. Und ich hatte überlegt, mir die jetzt zu holen und hatte mir die mitgebracht, wo ich denke, ey, auch voll geil bemalt. So grau hat er so lila Blitze drauf gemalt, voll gut. Ja, nice. Mega cool. Sehr gut. Ich sehe schon, ich muss irgendwann, muss ich auch mal auf die Polaris. Ja, da können wir aber gleich später nochmal zukommen. Das war jetzt erstmal unser Holz. Es tut mir leid. Es war mein Monolope wieder so lang. Es tut mir so leid. Ach, Quatsch. Ähm, was haben wir denn noch so alles? Was du noch gespielt hast, wolltest du es mir erzählen? Ähm, ja, aber das war tatsächlich Conan und Zelda und das war weitgehend tatsächlich auch die Sache. Also ich habe ein bisschen Slay the Spire, wie gesagt, gespielt, aber das war es eigentlich. Und auf der Spiel habe ich mit dir drei kurze Anfangsrunden Nie Deep in Hexes gespielt. Oh ja. Da sind wir leider nicht zu mehr gekommen, aber der Anfang war vielversprechend. Aber das ist super, weil das können wir gleich auch als Überleitung für ein anderes Thema nehmen, wo ich dann wieder zum nächsten Monolog ansetzen kann. Ja, Nie Deep in Hexes fand ich aber, also es hat mich total gehuckt. Auch wir haben nur drei Runden gespielt, wir haben fast nichts gemacht, aber ich habe gedacht, boah, ist das geil, das Spiel will ich haben. Wir haben Baufahrzeuge gebaut. Es hat mich geärgert, dass ich nicht nochmal hingekommen wäre. Ich hätte es mir gekauft. Ich hätte es mir mitgenommen. Ja, ich habe hinterher nochmal mit denen geschrieben, wenn die aus dem Spiel sich so ein bisschen, wenn bei denen ein bisschen Ruhe einkehrt, schauen wir nochmal, ob da vielleicht mal für den Brückenkopf noch was geht, ein Unboxing oder so zumindest mal. Weil es ist tatsächlich, es ist cool, es ist glaube ich eine schöne Nummer und ja, ich überlege es mir tatsächlich auch. Aber es ist auch ein schönes Zwei-Spieler-Spiel, das finde ich hat auch immer was. Ich mag Zwei-Spieler-Spiele eigentlich ganz gerne. Ja. Und genau, dementsprechend bin ich gespannt. Ja, aber das war's, mehr habe ich auf das Spiel nicht gespielt. Ich bin zu nichts gekommen. Ich habe bei einer Party Dice the Game zugeschaut, weil ich dich für irgendeinen Termin abgeholt habe und die war dann sehr schnell vorbei, weil die in Turn 1 rausgerannt sind. Das war das eine Dice the Game, was ich mitgekriegt habe. Das erste Spiel zu, gut gewürfelt. Du siehst, dass es funktioniert. Ja. In der ersten Runde kann man auch gewinnen, anstatt einmal nur gegen die Ecke zu laufen. Ich laufe immer gegen die Ecke, keine Ahnung. Genau, oder gegen den Schrank. Ja, da hatten wir jetzt auch ganz viele lustige Situationen. Wir haben es auch mal geschafft, in der ersten Runde zu gewinnen, in der ersten Runde zu verlieren. Ganz viele lustige Sachen, darum geht es ja auch, dass es einfach Quatsch ist. Ja. In der Tat. Ja, ich hatte noch eine Runde Smurfs Schlümpfe gespielt. Ich erinnere mich, du hattest das erwähnt schon mal, ja. Genau, also eine Runde Schlümpfe, das ist so ein Worker-Placement-Spiel, das man kooperativ spielt. Alle Spieler müssen so ein Schlumpfdorf aufbauen und haben dann Karten auf der Hand mit Schlümpfen. Das sind eher so schlechte Schlümpfe, die dann auch irgendwie Nachteile bringen, wenn man sie ausspielt. Aber wenn du die Karte ausspielst, musst du einen Schlumpfarbeiter nehmen und kannst sie dann an einen der verschiedenen Arbeitspositionen stellen, damit sie zum Beispiel Ressourcen abbauen oder ein Haus bauen oder irgendwie eine Erfindung machen oder sowas in der Art. Und du kannst dann irgendwie auch in den Wald gehen und tolle Schlümpfe holen. Dann wirfst du die schlechten Schlümpfe weg und kriegst gute Schlümpfe, die nur Vorteile bringen zum Beispiel. Und irgendwie einmal pro Runde kommt Gargamel an und bietet einen Mutator, also irgendeine Modifikation für diese Runde an, die meistens schlecht für dich ist. Wie zum Beispiel, du kannst in dieser Runde keine Ressourcen sammeln oder sowas in der Art. Und Asrael, die Katze, kommt dann auch und läuft dann, je nachdem, wenn du sie würfelst, weil immer, wenn du dann einige Sachen machst, musst du Gefahrenwürfel würfeln. Und wenn dann Asrael aktiviert wird, dann bewegt sich die Katze von einem Feld zum nächsten und dieses Feld kannst du zwar nutzen dann noch, aber dann musst du nicht den normalen Gefahrenwürfel würfeln, sondern den Asrael-Gefahrenwürfel und der ist noch viel fieser. Sehr nettes Spiel, ein Kumpel von mir hätte es fast mitgenommen, aber es war nicht Kickstarter, da haben wir nämlich gefragt, aber es war trotzdem noch nicht verfügbar. Naja, ärgerlich. Ich ring noch so ein bisschen mit mir, ob ich mir irgendwann das Monkey Palace, also dieses Lego-Brettspiel in Kooperation mit Asmodee holen soll. Weil es sieht schon irgendwie lustig aus. Hast du da mal länger zugeschaut und weißt, wie das funktioniert? Nee, leider noch nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal ein Let's Play mir anschauen kann oder so, oder eine Vorstellung zumindest auf YouTube. Ja, ich hatte die Möglichkeit gehabt, bei dem Asmodee-Presse-Event, da haben welche das gespielt, ich hätte mich daneben setzen können und gucken, aber ich hatte keine Lust, mich jetzt eine halbe Stunde hinzusetzen und zuzugucken und zwei Leute ins Spiel spielen. Ja, macht Sinn. Aber interessant sieht es aus. Ja, das stimmt. Der Grund, nie die bin Hexas, warum wir so früh gehen mussten, war leider mein Grund. Das tut mir immer noch leid. Weil ich dann nämlich einen sehr weirden Termin hatte, über den ich jetzt auch endlich reden kann. Yay! Uh, die Deadline ist abgelaufen. Ja, das durfte ich in meinem Video noch nicht. Jetzt darf ich drüber reden. Und zwar wurden wir eingeladen von dem Studio Secret Door, ich glaube, das ist ein Studio von Dreamhaven oder so heißen die, der Publisher. Und die hatten in einem Hotel in Düsseldorf ein First Look Hands-On, wie man das immer haben möchte, von einem Spiel gehabt, wo ich am Anfang dachte so, was hat das denn mit dem Spiel zu tun, weil das im Rahmen der Spiel halt war. Das heißt, die haben da so ein paar Leute eingesackt mit dem Wagen und hingeschuttelt nach Düsseldorf und auch wieder zurückgefahren. Und da war ich irgendwie mit jemandem von der Dokomi mit am Start und mit einer Content-Creatorin, Schräg-Schräg-Influencerin aus dem Training-Card-Bereich war ich dann da. Und es ging um das Spiel Thunder Folk. Das war deren Erstlingswerk und die haben auch erst jetzt am 10.10. haben sie das auch erst angekündigt, deswegen durften wir auch noch gar nichts zu sagen. Und wir haben uns schon überlegt, ja, die werden wahrscheinlich uns, weil das ist irgendwas Großes, weil da sind unter anderem Leute von Blizzard mit dabei. Die damit bei sind. Und das klingt ja immer so ein bisschen, auch wenn sie die Leute irgendwo hinschatteln, dann klingt das ja nach was Großen. Aber da sie es noch nicht angekündigt haben und sowas machen, dann nutzen sie wahrscheinlich dann die Leute, die sie hinschatteln, irgendwie für, dass sie die als First-Look-Leute auch für deren Social-Media- oder Werbeding-Maßnahmen verwursten. Und so war es dann auch. Uns wurde ein Trailer gezeigt und kamen wir in den Raum, wo wir das anspielen konnten. Und da war also ein riesiges Filmteam. Wir waren vom Filmstudio aufgebaut und alles drum und dran. Und da konnten wir das anspielen. Und Thunder Folk ist... Das ist eigentlich in erster Linie ein Videospiel. Mhm. Aber es versucht, und das war irgendwie deine Intention, es versucht, das eher aus der Brettspiel-Richtung irgendwie ranzukommen. Beziehungsweise, was Amerikaner und der mittlerweile internetaffine Mainstream denkt, was Tabletop ist. Also Dungeon-Crawling, ja? Ja. Dungeon-Crawling. Versucht das trotzdem irgendwie als Brettspiel zugänglicher zu machen. Und dann war so die Philosophie dahinter, und das kann ich auch nachvollziehen, die Philosophie dahinter ist. Nachteil bei so einem Dungeon-Crawling-Abend ist die Vorbereitung. Man muss auspacken, alles hinlegen. Man braucht sehr viel Vorbereitung. Dann Regeln. Man muss Regeln lernen, derjenige, der das gehört. Und wenn man die Spieler macht, muss er die Regeln auch an die anderen Leute wiedergeben. Das kostet alles Zeit. Und hat natürlich auch für viele Leute ist das einfach ein riesiges Hindernis, so viele Regeln zu lernen. Also haben sie gesagt, jo, das Vorbereiten machen wir ganz einfach, indem wir es digital machen. Regeln lernen ist auch einfach ganz einfach, indem wir das einfach alles digital machen. Wir wollen aber den Spiele-Abend haben, dass die Leute zusammensitzen, kommunizieren und zusammen das Spiel spielen, als wenn sie ein analoges Spiel spielen. Weil wenn wir so ein Dungeon-Crawler spielen, man kommuniziert ja irgendwie immer. Man sagt ja, pass auf, wir können das jetzt so machen, dann machst du das, dann machst du diese Fähigkeit und so, und dann können wir das machen. Das passiert ja bei einem Videospiel, auch wenn es einen Couch-Koop hat, eher selten. Ja. Das sind ja meistens auch irgendwelche Action-Spiele oder sowas. Und Thunderfolk ist jetzt im Endeffekt ein Dungeon-Crawler als Videospiel, wo jeder sein eigenes Handy hat, das mit dem Spiel verbunden ist. Das hat die App drauf. Und der Bildschirm, der Hauptbildschirm von der Videospielkonsole oder vom PC ist im Endeffekt das Spielbrett. Und das Handy ist im Endeffekt der eigene Charactersheet, den man hat. Und man spielt über diesen Charactersheet, wenn man dran ist, aktiviert man das und spielt dann im Endeffekt seine Fähigkeiten aus. Und kann dann auch die Figur ganz geil per Touch mit dem Daumen dann irgendwie so bewegen. Oder siehst du auf dem Bild, dass dann auch genau die Wege dann angezeichnet werden. Wie er sich dann über ein Hexfeld, wie sich die Figuren über ein Hexfeld bewegen. Man sieht das also aus der isometrischen Perspektive und das Spiel wird mit Hexfeldern gespielt. Und man muss, wie bei einem Dungeon-Crawler, wie bei dem Brettspiel, das man zu Hause spielt, mit mehreren Leuten, man muss kommunizieren. Was macht man als nächstes? Wie gehen wir her? Jeder hat auch Aktionspunkte. Was kann ich mit den Aktionspunkten machen? Wenn du jetzt aktivierst, können wir das machen. Wenn du das machst, können wir das machen. Und ich war da mega skeptisch, wo ich dachte, ja. Aber man hat gemerkt, wir saßen da wirklich mit drei Leuten vor dem Computer. Beziehungsweise vor der Konsole mit vorgefertigten Handys. Und man hat einfach gemerkt, dass wir wirklich miteinander interagiert haben und geguckt haben, wie spielen wir das dann jetzt. Also es ist eigentlich ein Videogame, aber es hat so ein bisschen schon das Feeling, beziehungsweise die Interaktion und das Persönliche von dem Brettspielabend. Und das kriegen sie dadurch schon ganz gut hin. Und es ist schon mehr eine Verbindung zwischen Brettspiel und Videospiel als viele andere Sachen, die du jetzt auch auf dem Spiel gesehen hast. Was natürlich komplett fehlt, ist der analoge Aspekt. Also, dass du Figuren und Marker und sowas hast. Aber unter Anbetracht der Philosophie, wie die sie meinten, dass das einfach erschlagend ist, was die Vorbereitung und Regeln angeht, ist das schon gut übersetzt. Und das Artwork ist einfach cool. Es sieht süß aus, ja. Ja, es sind anthropomorphische Tiere, die man spielt. Genau, es ist ein bisschen alles aktuell an die Magic, an die vorletzte Magic, den Block, der Bloomboro, mit denen, wo es eben auch diese Tiere gab, wo ich mein Eichhörnchen-Deck gekauft habe. Also wer mit dem Stil sich damit anfreunden kann, mit diesen, oder so ein bisschen als die Tiere den Wald verließen, nur mit Klamotten zusätzlich dran. Also, es sieht echt süß aus. Ja. Ich hab mir das grad mal auf Steam angeschaut. Also, es ist wirklich eine weirde Idee, weil im Endeffekt machst du ein Videospiel, hast die Vorteile dieses Videospieles, mit Animation, Grafiken, Sound, der ganze Kram. Ja. Nimmst einen Vorteil von Videospielen raus, und zwar die Automatisierung von vielen Systemen und sagst, jo, mach das mal selber. Ja, also, was ich ganz cool daran finde, ist eben, dass es dieser schnelle Zugang da ist, weil tatsächlich, das ist so ein bisschen ein Punkt, gerade bei Dungeon-Crawlern, wenn die ein bisschen komplexer werden, da ist es halt oft wirklich Arbeit. Da muss irgendeiner mindestens mal sich eine Stunde lang Regeln durchlesen, da muss man aufbauen, da muss man Komponenten sortieren, dann muss man da reinkommen, und dann ist wirklich halt sehr schnell viel Zeit vergangen, bevor man den ersten Würfel wirft. Und das stelle ich mir bei dem Spiel jetzt hier durchaus ganz cool vor. Ähm, es ist aber halt ein anderes Spielgefühl. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so dieses Videogame-Gefühl tatsächlich, ähm, und da wird's halt spannend sein, zu sehen, ob das angenommen wird. Ob das für Videospieler genug Videospiel ist, und ob's für Brettspieler genug Brettspiel ist. Oder ob beide sagen, es ist zu viel vom anderen, mag ich nicht. Ja. Spannend. Ich glaube auch, dass das der Knackpunkt ist. Also, die, allein die Tatsache, dass sie mich eingeladen haben, heißt ja schon, dass sie überhaupt keine hohen Erwartungen haben. Weil sonst, ne, ja, also, ganz ehrlich, sonst hättest du andere Leute eingeladen. Sonst hättest du das zur Gamescom, so hättest du das zur Gamescom gemacht, und hättest, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die ganzen TikToker mittlerweile heißen, ich bin doch schon so alt. Aber dann hättest du einfach mal, äh, den Maurice eingeladen. Ja, den Maurice Weber. Oder einen Gronkh oder sowas. Mehr, die auch mit Horde ein Pen & Paper machen. Und dann hättest du diese Leute einfach eingeladen, weil die immer noch ein ganz anderes Standing haben. Du merkst also schon, dass sie sehr, sehr niedrig fahren mit der ganzen Geschichte, äh, um Kosten zu sparen und auch nicht zu groß rauszukommen, glaube ich, um, um nicht zu groß zu failen. Dennoch ist, das finde ich, eine, eine sehr interessante Herangehensweise an die ganze Geschichte. Und wie gesagt, wir haben, ich hab, ich kann dir jetzt mal zeigen, ich hab jetzt das, äh, das B-Roll-Material zugeschickt bekommen, was sie mit uns aufgenommen haben. Also man sieht uns spielen, also man merkt auch wirklich, und das ist nicht gespielt, dass wir wirklich Spaß hatten bei der ganzen Geschichte. Ja, cool. Weil dieses Interagieren auch lustig war, inklusive, dass wir uns gegenseitig mal so ein bisschen trollen nach dem Motto, wir müssen jetzt ins Zielfeld laufen. Und der Letzte hat aber nicht mehr genügend Bewegungspunkte, also müssen wir eine neue Runde starten, was er macht. Und dann, und dann fangen wir an, darüber zu lästern, ja, was ist denn so lange dauert? Und dann sagt er dann, sagt die Letzte dann so, ja, alles klar, du, ich hab ja so einen Zauber, äh, und der, der am lautesten gelästert hat, ja, pass auf, der Zauber sagt, dass den, mit dem ich bezauber, dass der, äh, fünf Fälle auf mich zuläuft. So, oh, du bist rausgelaufen aus dem, aus dem Endfeld, haha, ich geh jetzt rein, wir tauschen die Plätze, ich geh rein, und Mann, brauchst du so lange. Also, dass man sich dann am Schluss noch so ein bisschen trollt, weißt du? Also, das, das war wirklich witzig. Ja, sehr cool. Ja, nee, klingt gut. Also, es ist spannend, also ich würde, es würde mich zumindest interessieren, das mal live zu sehen. Ja, auf der Spiele haben sie ja dieses Jahr wieder so ein paar Spiele gehabt, die versucht haben, das zu, ähm, verbinden, ne, digital und so, aber das ist alles, wo ich denke, da musst du noch ein extra Gerät zu kaufen. Ja, und das ist alles schwierig. Es ist halt, hat ja damals schon, die ältere Generation erinnert sich noch an so Sachen, die Versuche wie Exilis, wo du, äh, ein Tabletop auf Feldern hattest. Ähm, und Exilis hat, und diese Software, die App hat quasi, du hast da einmal seit deiner Armeeorganisation drin gehabt, du hast Armee-Einheiten, die du gekauft hast, per Code quasi in der App freigeschaltet. Ja. Du hast die Figuren übers Spielfeld geschoben und gesagt, ich greife jetzt mit denen in dem Feld, die in dem Feld an. Und das hat dann auf einem 100er, äh, auf einem W100-System basierend über diverse Wahrscheinlichkeiten jeden noch so kleinen Baum, der sich dazwischen befand, mit einbezogen und, ähm, quasi ausgerechnet, was, was Phase ist, was passiert. Ähm, das war schon ganz okay, seiner Zeit vielleicht ein bisschen voraus, aber ich hab mich da halt auch immer gefragt, wenn ich das alles in der App mach und die Figuren auf dem Schlachtfeld wirklich nur noch dazu dienen, mir zu visualisieren, wo gerade was steht, dann hatte ich da halt den Punkt, ich hätte das ganze Ding auch ohne die Figuren spielen können, nur in der App, und es hätte nichts geändert. Vor allem, wenn du bedenkst, dass du der App immer noch sagen musstest, auf welches Feld du dann deine Figuren gestellt hast, eben auf dem Spielfeld. Ich bin gerade in Feld C4 mit einer Einheit Ritter, und ich stürme jetzt in E3, und da steht eine Einheit Bogenschützen drin, die will reagieren. Das ist schon alles cool, dass das System dir dann sagt, okay, wenn ihr fertig seid, steht da noch, von den fünf Rittern stehen da noch drei, und von den zehn Bogenschützen noch zwei. Das ist alles nett, ähm, aber zum einen, es nimmt halt dieses Würfeln raus, was ja auch ein bisschen ein Punkt ist, an dem wir eigentlich Spaß haben. Ich weiß nicht, wenn dir nämlich Maschine hinterher sagt, wie der Kampf jetzt ausgegangen ist, oh, ich hab das nie so ganz gefühlt, keine Ahnung. Ja, das ist ja ganz gut, was sie jetzt mit Willen des Wahnsinns und auch mit dem Descent machen, dass du zwar auch die App hast, aber du würfelst es noch selber und gibst einfach an, wie viele Erfolge du hast, nachdem du all deine ganzen Fähigkeiten kombiniert hast, ne? Ja. Das ist ganz gut. Es war ja, fünf Jahre später kam ja dann noch Golem Arcana raus, fünf Jahre später nach Exilis, und da haben sie das ja mit so einem Tip-Toy-Stift gemacht, dass du dann halt nicht diese Sachen manuell eintippen musstest. Das war schon ganz cool. Aber auch da hast du auch gemerkt, hm, wozu brauchst du so ein Tip-Toy-Stift? Das war auch so eine, das war auch so eine, ich will nicht sagen Totgeburt, aber es war schon eine ziemliche Totgeburt. Ja, 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 das ist schon schwierig. Also, es gibt immer wieder Versuche, aber bisher gab es noch nicht das Ding, wo die Leute gesagt haben, es ist zugänglich und es ergibt Sinn, vor allem, das zu machen. Ja, ich fand's bis jetzt auch noch nie so richtig überzeugend. Ja, also da finde ich tatsächlich das mit Descent immer noch am überzeugendsten. Weil, klar, du liest halt viel vor und so weiter, dann sagt man, ja, dann bist du ja die ganze Zeit bei der App bei, aber ehrlich gesagt, wenn du es analog machst, dann bist du die ganze Zeit im Buch drin. Und du guckst dem Buch nach. Das übernimmt einfach im Endeffekt das Buch und einige Automatisierungsfunktionen. Ja. Ja, und dass die Story einfach mega kitschig ist. Boah. Ja, gut. Ist sie das nicht bei sehr vielen Dungeon-Crawlern? Ja, also ich mochte ja auch sehr gerne, also ich mochte ja die Original-Descent 1, 2 hab ich nie gespielt, mochte ich ja total gerne. Und das ist ja jetzt eher ein Spin-off, die sagen ja, das ist nicht der dritte Teil, deswegen ist das Spielsystem auch so ganz anders. Die mochte ich ja total gern und ich mochte, ich hab ja Rune Wars geliebt, das Spiel, das erste Miniature-Wargame, was dann Fantasy Flight Games rausgebracht hat, was ein bisschen der Prototyp für Star Wars Legion nachher sein sollte. Nee, es kam nach X-Wing und Armada sogar noch raus. Ja. Und das sah man dem Spiel an, weil du ja die Regimenter mit den Schablonen bewegt hast, die quasi aus X-Wing entnommen hätten sein können. Genau. Und das spielt ja alles in der gleichen Welt, in dieser Terry North-Geschichte. Und das ist einfach, es ist einfach amerikanisches, kitschiges High Fantasy. Und da hab ich auch meine Probleme mit. Also das ernst zu nehmen. Ja. Also Rune Wars hatte ein paar ganz schöne Designs, hat für mich auch unter Material der Modelle gelitten, war halt alles PVC und ja, weiß ich nicht. Weil die Untoten war's cool. Ja. Das war Untoten. Ich hätte die Elfen ganz cool gefunden, weil die so ein bisschen an die Nachtelfen erinnert haben mit ihren Baumkreaturen und so. Die Latari, ne? Also, ja, da ist, ja, war's schon auch ganz nett. Aber naja. Jo. Nee, und ansonsten, ähm, wo wir aber gerade bei Brettspielen waren, vielleicht können wir ganz kurz eine News einschieben. Es gibt nämlich eine Brettspiel-News. Und zwar, ähm, ein Spiel, das wir beide sehr schätzen, ich, obwohl ich's noch nie gespielt habe, ähm, kriegt eine Neuauflage. Oh, ja. Und zwar, ähm, Super Fantasy Brawl, ähm, wird von Cool Mini or Not neu aufgelegt. Wir erinnern uns, Cool Mini or Not hatte sämtliche oder sehr viele Lizenzen oder IPs aus dem Hause Mythic, äh, gekauft. Seitdem Mythic in, äh, finanziellen Schwierigkeiten steckt und dementsprechend langsam vor sich hin stirbt. Ähm, und es, die haben ja zuerst, was war das Erste, was sie, ähm, übernommen haben? Ich glaub, sie haben einen Kickstarter, genau, sie haben angekündigt, dass sie Hehl zum Beispiel beenden werden. Allerdings in einer drastisch reduzierten Variante, das haben sie ja schon gesagt. Also, sie werden nicht dieses Luftschloss nachbauen. Und jetzt haben sie gesagt, eines, was sie jetzt machen, ist Super Fantasy Brawl, kriegt eine neue Edition und, ähm, wird designtechnisch ein bisschen angepasst. Und unter anderem, man wäre nicht Cool Mini or Not, wenn man nicht in dem Kickstarter die Gelegenheit nutzen würde, aus diversen anderen Franchises Modelle reinzubringen. Zum Beispiel von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Äh, scheiß Neuauflage brauch ich nicht. Oh, Turtles, alles klar, komm, hier ist mein Geld. Ähm, genau, die Turtles kommen zu, ähm, Super Fantasy Brawl. Und ansonsten weiß man noch nicht so wirklich viel. Ähm, ich hab so das Gefühl, die sind noch in der Vorbereitung, also die Arena sieht anders aus auf ihren Konzepten, die sie bisher gezeigt haben. Also, der Grund sieht gleich aus, aber sie haben weitere extra Felder drin, also zumindest, also wirkt es zumindest so. Also, und, also ich hab die, äh, andere Edition, die alte, das alte Spiel und irgendwie zwei, drei Erweiterungen und das alles noch nicht gespielt, das heißt, ich werde hier aussetzen. Ähm, aber, ähm, es an sich war Super Fantasy Brawl immer so ein Spiel, wo eigentlich Konsens war, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Ja. Und ich glaub, wer's damals verpasst hat und jetzt, ähm, der Meinung ist, äh, mit Cool Mini or Not, da könnte man doch mal reinschauen. Ich glaube, da könnte das in der Tat ein Blick sein, wert sein. Ich glaub, ich glaube auch. Also, Super Fantasy Brawl ist auch lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber wir waren einhellig der Meinung, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel war, auch wenn wir, wir waren wirklich, wirklich, wirklich skeptisch. Und nicht nur ich alleine. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, aber auch ein Kumpel, ähm, der Philipp, der war auch sehr, sehr skeptisch. Und wir haben's alle gespielt und fanden's echt super, das Game. Ja. Wir haben beide auch neue Sachen auch dazu gekauft, beziehungsweise, äh, der Philipp hat, ich glaub, ich, neue Teams gekauft, wo ich immer noch vorsichtig war, aber ich hab mir zumindest die Star-Tone gekauft und auch angemalt. Mhm. Das Spielfeld. Äh, und ich hoffe, ich hoffe ja, dass man, wenn man, wenn das kommt, dass man da, dass es da irgendwelche Möglichkeiten gibt oder Regeln, die alten Figuren dafür zu benutzen. Also, dass die Charaktere dann Regel-Updates bekommen oder irgendwelche Transfer-Packs, sowas, was es da gibt. Ja, genau. Weil dann würde ich, glaub ich, echt wieder in das Spiel reinschauen, weil, was Cool Mini machen kann, ist, dass sie einfach liefern, wenn sie einen Kickstarter machen. Und sie kriegen Figurenqualität im PVC hin. Was sie nicht so immer hundertprozentig können, sind Regeln. Da gibt's gute, siehe Cool Mini, äh, siehe Song of Ice and Fire, was sie mit Darkstop Managers zusammen gemacht haben. Ähm, da gibt's weniger gute, siehe, ach, jetzt sag ich mal, Cthulhu Death May Die, das sind okayische Regeln, das sind okay. Also, die Guillotine-Games, das sind eigentlich alles gute Spiele, aber das ist jetzt nicht die, die intellektuelle Meisterleistung der Regeln. Ja. Oder irgendwie mega innovativ. Aber eigentlich brauchen sie das Regelprinzip gar nicht abändern, sondern müssen einfach nur ein trafes Layout. Genau, das Regelprinzip funktioniert, ja, da müssen nur ein paar, äh, eben neue Shinies dazu und dann kannst du das, glaub ich, so wie es ist, nochmal neu verkaufen. Ich glaub, der Autor ist auch ein Deutscher, ne? Ja. Ist auch der Rückenkopf der Community, glaub ich. Ich, es ist möglich. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Deutscher ist, ja. Ja. Ähm, von daher bin ich gespannt, ähm, und in dem Zusammenhang ging heute Meldungen durch die Facebook-Community der Mythic-Geschädigten. Da gibt es inzwischen ja in diversen Kickstarter-Gruppen von Brettspielen, die bei Mythic noch offen sind. Zum Beispiel, ähm, ja, Darkest Dungeon haben, glaub ich, immer noch nicht alle gekriegt und ein paar andere Sachen eben. Ähm, ich bin, erfahr das immer im Monster-Pokalypse, ähm, in der Gruppe, ähm, wo ich ja auch noch mit einem niedrigen dreistelligen Betrag drin bin, mit dem ich auch nicht mehr rechne. Ähm, und da wurde jetzt heute gemeldet, dass Mythic Games Frankreich, äh, in die Liquidation geht, dass diese Firma also pleite ist. Jetzt muss man dazu wissen, das betrifft nur Mythic Games Frankreich. Ähm, die, der Zentralsitz von Mythic ist in Luxemburg. Und da hört man noch nichts Entsprechendes. Also, es kann sein, dass die einfach nur eine, äh, regionale Tochter liquidieren. Aber, ähm, es wirkt halt im Zusammenhang mit dem, was man schon so weiß von Mythic Games und was in den letzten Jahren gelaufen ist, wirkt es nicht gut. Sagen wir mal so. Aber das war auch schon abzusehen. Also, ja, du hast deine Erfahrung gemacht und wir haben beide mit Leuten gesprochen, die vielleicht ein paar Insider haben und das, man, man hört einfach viel, dass Mythic Games nicht gut wirtschaften, offensichtlich. Ja, ja. Und das ist schon seit Jahren bekannt. Ja, die haben sich an vielen Stellen einfach übernommen. Ja. Und, glaube ich, am Anfang noch versucht das über immer neue Kickstarter-Projekte, ähm, zu überdecken. Aber das klappt halt nicht. Das ist halt letzten Endes ein Schneeballsystem. Ja. Und so gesehen, cool, mini or not, haben sich jetzt natürlich, äh, sind da jetzt rein, haben sich viele Sachen rausgekauft. Ähm, aber zum Beispiel Monster Apocalypse nicht. Da hört man nichts. Ah, okay. Was schade ist, ich glaube auch, dass, ähm, dass das eigentlich für cool, mini or not ein ganz guter Fit wäre. Ähm, weil es ist ja so eine, quasi das, auch ein eher brettspieliges Tabletop. Total. Und das könnte ich mir schon gut bei, äh, bei cool, mini or not vorstellen. Aber im Moment sieht das eher nach, äh, nach einer Abschreibung aus. Äh, äh, vor allem musst du mal wirklich sagen, ne? Da beide, also Monster Apocalypse ist ja wirklich ein Spiel, was extrem viel Potenzial hat. Und beide Firmen, die in diesem Spiel beteiligt waren, Private Press und Mythic, sind halt beide im Eimer. Also die Lizenz solltest du günstig kriegen und, äh, noch, äh, solltest du günstig kriegen die Lizenz und was Gutes eigentlich daraus machen, sehr schnell und sehr günstig, offensichtlich. Ja. Zumal die Designs ja da sind, weil das Witzige ist ja, dass der Kickstarter ja nichts Neues gemacht hat von Mythic Games. Da ging's ja nur drum, die bestehenden Modelle von Zinn oder Resin auf, äh, PVC um zu münzen und Boxen draus zu packen. Das war ja nichts groß neu. Aber auch das hat nicht geklappt. Tja, was soll ich sagen, äh, Machste nix. Mythic Games, äh, der internationale, äh, die internationale Version vom Prometheus-Shop. Obwohl es da auch lange nichts mehr Neues gab. Ich bin ja in so einer Gruppe drin, Prometheus-Shop-Geschädigter, und da ist, äh, seit knapp einem Jahr ist es sehr, sehr still. Also offensichtlich scheint da mittlerweile alles gut zu laufen. Wie da. Oder die Leute haben alle aufgegeben. Ich weiß es nicht. Müssen wir eigentlich auch noch mal ein bisschen recherchieren. Müssen wir mal schauen. Das wäre durchaus auch mal interessant, was da dann noch alles abgeht. Und wo wir bei Comini sind, die hatten ja auch die Lizenzen damals für Dust gekauft, ne? Dust 1947. Und haben ja bisher, also von Paolo Parente, äh, ein Spiel, was ich total gerne mochte, was aber leider bisher jetzt nur darin mündete, dass sie Comics davon rausgebracht haben. Und dass es, glaub ich, Figuren, äh, als Sonderfiguren für ein anderes Spiel gab. Ich hoffe ja, dass sie das Game irgendwann noch mal zurückbringen. Ja, ähm, ich fand das schon auch cool. Ähm, ich hab, ähm, auf der Spiel, ähm, gehört, dass da eventuell was gedacht sein soll. Aber das war auch eher so aus drei oder vier, äh, um drei oder vier Ecken. Und ich bin da jetzt auch nicht sicher. Aber es wäre eigentlich strange, dass, wenn da nichts mehr käme. Weil das System an sich war ja cool. Ja, sonst würden sie die Lizenz ja auch gar nicht kaufen. Nur für Comics, äh, weiß ich nicht. Lohnt sich ja gar nicht, ne? Also ich bin, also vor allem, weil, weil das 1947 ist ja jetzt wie oft eingestellt und wieder neu geworden, neu gekommen ist. Oft. Ja, Fantasy Flight Games hatte es mal. Äh, Paolo Parente hat es selbst zweimal gemacht. Ja. Nee, 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 wie heißen sie, AEG? Hatten es, glaub ich, zuerst. Dann Fantasy Flight Games und dann hat er es selbst gemacht. Ich bin tatsächlich nicht mal sicher. Ähm, ich weiß es nicht. Also, das Spiel hat ja lustigerweise immer noch Potenzial und eine Fangruppe. Äh, ja, ich hatte mit dem Kollegen von War Factory gesprochen, der ja der europäische Distributor war. Ja, ja, der war Distributor für die lange Zeit lang, ja. Und ich hatte mal gefragt, ob der vielleicht irgendwie Näheres weiß. Da meinte ich so, also aktuell sieht's nicht danach aus. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, aber aktuell. Ja. Da gab's ja noch eine Firma, da gab's ja noch eine Firma, die versucht hat, das nochmal neu zu machen, die irgendwie kurzzeitig die Lizenz übernommen hatte und haben, glaub ich, nichts weiter gemacht als ein Modell, was irgendwie in der Pipeline war, fertig rauszubringen für 400 Euro oder irgendwie sowas. Ich übertreib vielleicht, keine Ahnung. Das war kurz und sehr ruhig. Ja, spannend ist ja zum Beispiel, was ja in eine ähnliche Ecke erstmal geht, ist Konflikt 47, was ja auch erstmal in der Versenkung verschwunden war und jetzt auch langsam, aber sicher wieder kommen soll von seitens Warlord Games. Und auch da, man darf gespannt sein. Also im Moment ist es eine schlechte Zeit für Weird-War-Spieler, zumindest im Zweiten Weltkrieg, weil für die Erstweltkriegs-Fans steht ja jetzt Ende des Monats Trench Crusade an. Ich glaub, da sind wir beide immer noch ein bisschen, also ich bin ein bisschen hyped nach wie vor für den Kickstarter. Hyped nicht, aber ich will das Artbook haben, um mich mal so richtig abzufreaken. Ja, ich will das Artbook und eine Bande Minimum haben. Also ich werd da definitiv ein bisschen Geld reinschmeißen. Ja, mal gucken, ob sich das Spiel, also ob mich das Spiel an sich packt, aber ja. Ja, ich glaube, wir sollten dann mal schauen, dass wir die Spiele zum Abschluss bringen und das machen wir am besten mit dem Golden Demon, oder? Dann machen wir das doch mit dem Golden Demon. Ich glaube, wir hatten mal in der letzten Folge Spielespielen auf das Spiel, hatten wir den recht umfangreich behandelt, den Golden Demon. Ich weiß gar nicht, ob wir denen dieses Mal wieder Modell für Modell durchgehen sollten. Ich glaub, das artet aus. Du bist gerade ein bisschen falsch. Die Spiele spielen auf das Spiel war von der Spiel letzten Jahres und da war der Golden Demon nicht. Der war das erste Mal nämlich. Der Golden Demon war das erste Mal auf das Spiel. Ich glaub, auf der Adepticon dieses Jahres, da waren die Golden... Stimmt, genau. Hast du natürlich recht. Ich weiß nur noch, dass wir mal eine Folge hatten, wo wir sehr ausführlich über einen Golden Demon geredet haben. Ja, aber da hatten wir sonst auch relativ wenig Themen und wir haben jetzt ganz, ganz viel plötzlich in diesen zwei Wochen, mega komprimiert, das ist ja krass. Ja, in der Tat. Also ich glaube, wenn man da, das können wir relativ kurz fassen, wenn man da mehr von wissen möchte über den Golden Demon, kann man gerne auf Brückenkopf online gehen und sich den Beitrag von euch anschauen. Ja, da kann man sich zumindest die Gewinner anschauen. Genau. Und ja, also es war wieder ein cooler Wettbewerb, es waren tolle Sachen dabei, auch Sachen, die man jetzt hier auf dem Brückenkopf nicht sieht, weil sie es eben doch nicht ganz unter die Top 3 ihrer jeweiligen Kategorie geschafft haben. Ich erwähne jetzt einfach nochmal Shoutout an Hendarion und seinen komplett selbst modellierten Eldar Phantom Baron, der in der Großmodellkategorie angetreten ist mit seinen Ranken Freehands im Biel-Tan-Farbschema. Das Ding war einfach super gut und ich hätte mir mehr gewünscht für ihn ergebnistechnisch. Genau, aber wir können trotzdem auch Props und Glückwünsche rausschicken an Guido Günther aka Tau Workshop, der im Epic Scale Silber gemacht hat mit seinem Titan. Ja, es gab insgesamt tolle Sachen. Ja genau, der Titan von Guido Günther ist super schön gewesen. Allerdings, was ich super cool fand, war das im Epic Scale, nachdem da jahrelang gefühlt nur Aeronautiker-Flieger unterwegs waren, dass da dieses Mal ein Schiff aus Dreadfleet gewonnen hat. Was so alt ist, das Spiel ist so alt und es ist einfach so ein schöner Paintjob und auf dieser langen Base mit dem Wasser, mit dem super toll modellierten Wellen, das passt einfach, das hat mir richtig Spaß gemacht und ich fand auch den dritten Platz cool mit dem Dreadnought, der aus der Landungskapsel aussteigt. Das ist schon echt auch richtig schön, aber es gab insgesamt ein paar tolle Sachen. Also man muss es sowieso sagen, es hat ja auch einen Grund, warum es der renommierteste Malwettbewerb weltweit ist, weil es der älteste ist und deswegen sich krass etabliert hat mit der größten Miatur-Range, sondern er hat einfach auch eine Strahlkraft, weil da wirklich einfach das Beste mitzusehen ist. Ja, definitiv. Es ist enorm krass. Wir hatten ja auch, das fand ich ja ganz cool, als wir in Nottingham waren, in dieser Ausstellung kam man, bevor man zu den ersten Ausstellungsräumen kommt, kommt man im Treppenhaus, wo diese Holztafeln sind, wo alle Golden Demon-Gewinner seit Anbeginn der Zeit. Die Slayer-Sort-Gewinner, ja. Die Slayer-Sort-Gewinner dann irgendwie mit dabei waren und du hast einfach so fetten, geilen Scheiß da gehabt, also wirklich, das ist alles, es war wirklich alles gut, sogar die schlechten Sachen waren gut, besser als das, was ich konnte. Also man merkt aber lustigerweise, dass dieser Punkt, den Roman Lappert, der jetzt auch mit in der Jury saß, der hatte ja irgendwann angefangen vor ein paar Jahren die Idee zu haben, dass er Bilderrahmen nimmt und dann Dioramen in Bilderrahmen baut, also sozusagen 2,5D Diorama zu bauen, dass das in dieser kompletten Szene spreadet, weil man da so einige von gesehen hat. Ja, ich glaube, mehrere in den Vitrinen waren auch von Roman, die er da einfach nur ausgestellt hat. Also man hat da, da hat man mehrere gesehen. Ich glaube, das waren seine. Allerdings war auch in der Open-Kategorie, war genau, war mindestens einer dabei, also dieser Org-Kapitän mit dem Piratenhut zum Beispiel, den gab es und der war richtig schön. Und ja, genau, also die Tendenz verbreitet sich. Entschuldige, 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 dass ihr uns das Wort gefallen habt. Das Duell mit den Ultramarines und den Tyranniden in dem Bilderrahmen, das war hier zum Beispiel von Jonathan Fund Wavecolor. Der war, also ich hatte jetzt das Vergnügen, jetzt am Wochenende mir das Ding mal live nochmal anzugucken. Weil das mitgebracht hat und bei uns auch nochmal ausgestellt hatte. Ja. Und wenn du siehst, dass solche Stücke einfach nicht imprimiert werden, das ist einfach krass, was da dann wirklich rausging. Ja, das ist, da weißt du, in welcher Kategorie er das angemeldet hatte beim Demon? Das müsste offene Kategorie sein oder Diorama und Duell, weil du siehst, der silberplatzierte Diorama und Duell ist so ein relativ ähnliches Ding, nur ohne Bilderrahmen. Ja, also ich hab dieses Jahr, also wenn man den, also ich bin grundsätzlich mit vielen Dingen beim Demon sehr happy. Ich find auch die Prämierten allesamt super und es sind tolle Werke dabei. Ich hätte mir, wie gesagt, für Hendarions Phantom Baron ein bisschen ein besseres Ergebnis gewünscht, aber das ist bestimmt im Rahmen. Mit der Open-Kategorie hab ich ein Problem dieses Jahr, tatsächlich. Die find ich schwierig, aus verschiedenen Gründen. Natürlich, da gibt es immer Limitierungen, aber zum Beispiel dieses eine Bild, der Gold-Gewinner, ist für mich ein Diorama. Das gehört für mich in die Diorama-Kategorie. Kann man aus bestimmten Gründen bestimmt aber in die offene packen, wegen mir. Der einzelne Space Marine von Christian Clausen auf Platz zwei, mit der Silber geholt hat, der ist für mich A, versteh ich nicht, warum der überhaupt was gewonnen hat, nicht, weil er schlecht bemalt ist. Gott bewahre. Das ist ein perfekt bemalter Intercessor, aber es ist ein Intercessor, wie er auf der GW-Verpackung auch drauf sein könnte. Etwas besser, klar, etwas besser, aber ich find, der ist nicht spannend und nichts. Und wenn man sich dann anschaut, was in der Open-Kategorie manchmal sonst so geliefert ist, dann find ich's wirklich nicht nachvollziehbar. Und ich find, er ist in der falschen Kategorie. Und spaßigerweise, Christian Clausen hat selber gesagt, er versteht nicht, warum er damit gewonnen hat. Der hat sich auf Instagram gefühlt entschuldigt dafür, dass er diesen Demon gewonnen hat. Was ja auch nicht sein kann. Weil natürlich ist das ein toller Paint-Job. Und der hat übrigens in der Old-World-Kategorie Silber gemacht mit dem bretonischen Ritter, der traumhaft ist. Ja. Der ist super toll. Und deshalb find ich das schwierig, hier diesen Intercessor in der offenen Kategorie zu prämieren. Das gleiche gilt übrigens auch für den Dark Angel Terminator auf Bronze. Auch da versteh ich nicht, warum der in der offenen Kategorie ist und nicht in Spohrhammer 40k Single. Ja. Genau. Und ich finde, das verwässert die offene Kategorie so ein bisschen. Und das ist mein einziges Problem, wo ich gerne zumindest eine Erklärung hätte. Ich weiß, man kann, es ist Stuss zu verlangen, dass Juries ihre Wahl erklären, weil das A immer böses Blut gibt und auch Quatsch ist. Und es geht nicht und ist Unfug, merken wir selber beim Burning Brush. Und ein paar Tage später ist es dann wahrscheinlich sowieso, kannst du es eh nicht mehr nachvollziehen. Ja. Muss man ehrlich gesagt auch sagen. Aber hier die offene Kategorie fand ich, da habe ich schon ganz anderes gesehen in offenen Kategorien, was viel cooler war und was mich mehr überzeugt hat. Also das war dieses Mal die einzige Enttäuschung, wo ich sage, das weiß ich nicht. Was ich wiederum cool fand, war Maximilian Mehrheim bei den Youngbloods. Der ist 13 Jahre alt, der da Bronze gemacht hat. Der den Siegwald, den Prächtigen gemacht hat mit der grünen Rüstung und dem violettpinken Umhang. Der ist 13 und hat da seinen Demon abgeholt. Und das finde ich so beeindruckend. Also da gehen ganz große Props raus. Der malt mit 13, so wie ich es niemals können werde. Ja, der malt uns jetzt an die Wand. Ja. Krass. Von daher ganz großer Respekt. Ganz, ganz heftig. Wow. Ja. Mega. Ja. Ein schönes Stück, was nicht gewonnen hat, was man sich mal anschauen kann vielleicht, ist von Andy Wardle, der ja auch so ein abonnierter Slayer-Sort-Gewinner gefühlt ist eigentlich immer, der schon sehr oft sehr viel abgeräumt hat. Der hatte dieses Diorama gemacht von dem Waldelfen, der den Hirsch heilt. Das habe ich gar nicht gesehen. Und der Hirsch, dieser am Boden liegende Hirsch von den Thorn-Sisters, Sisters of the Thorn, glaube ich, oder den Konos-Jägern, den gibt es einen im Sprung. Und den hat er auf die Seite gelegt und ihm so eine Wunde modelliert in die Flanke. Und der Elf kniet über ihm und hat so eine leuchtende, so bläulich leuchtende Hand dann über dieser Wunde. Und das ist einfach so eine superschöne Szene gewesen, dieser Elf, der den verletzten Hirsch heilt. Weil es wird sofort klar, was das darstellt, dieses Diorama. Und das fand ich total schön. Und es war mal eine andere Szene als immer nur Krieg und Gemetzel. Das stimmt. Das ist von Vorteil. Ich muss gestehen, der Ablauf des Golden Demons für die Zuschauer fand ich nicht ganz so cool. Weil man konnte noch bis Samstag Nachmittag einreichen. Ja. Das heißt, ist man nur Donnerstag oder Freitag da oder Samstag einen halben Tag oder sowas, hat man niemals alle Einreichungen gesehen. Dann wurden die, irgendwie bis Samstag Nachmittag konnte man einreichen, dann wurden die über Nacht, auch krass, für die Jury, konnten die über Nacht, mussten die dann bewerten und am nächsten Tag war dann die Verleihung. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen sehr schade, weil ich war Donnerstag, Freitag da und Samstag war ich den ganzen Tag am Freeboot, das Feld stand. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr viele Ausstellungsstücke überhaupt gar nicht gesehen, nicht sehen können. Es war auch immer sehr, also auch von der Art, ich meine, sie hatten es schon sehr optimal gebaut. Also die Vitrinen haben sich einmal komplett um den Stand gezogen. Trotzdem hatte man immer mal wieder das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so eine Pilgerfahrt, wo alle sich im Kreis um diese Vitrinen bewegen und es ist ein großes Gedränge und man sieht nur, wenn man Glück hat und gerade mal nicht so viel los ist, tatsächlich viel von Fotos machen ist generell in Vitrinen auf Messen. Das kannst du fast vergessen. Und also ja, das ist, es war schon, man merkt schon, es ist sehr viel, sehr voll auf engem Raum. Auch das Abgeben der Modelle, wo sie wirklich sicher bemüht haben, das einigermaßen gut zu takten. Aber da muss halt jeder, der hinkommt, muss ein kleines Zettelchen ausfüllen. Da müssen die das ins System aufnehmen. Dann kriegt er einen Code zugewiesen, weil natürlich nicht der Name dran steht hinten für die Jury, sondern da steht nur ein Zahlencode dran am Modell und dann geben die eine Bewertung und dann wird das quasi ins System wieder rückgespeist. Dann weißt du wieder, wer das ist. Aber das ist schon ein Mechanismus, der da dahinter steht. Klar. Gerade hinter einem Wettbewerb mit über 1000 Einreichungen, die da an vier Tagen abgegeben werden oder an drei. Also es war schon wild. Ja, ja, ganz so eine Frage. Da muss auch echt Manpower auch hinter stecken, damit das dann funktioniert. Ja, also es war spannend. Trotzdem beeindruckend. Also selbst wenn ich nicht alles gesehen habe, das, was ich gesehen habe in den Vitrinen und vieles davon, was es auch nicht reingeschafft hat, waren wirklich cool. Was ich noch geil gefunden habe, es gab, ach wie heißt denn, ich rede wieder über Sachen, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Es gab doch diesen einen Artist, der früher für Walmart diese Schwarz-Weiß-Zeichnung gemacht hat, die relativ düster waren. Mhm. Alan. Fährt mir leider auch nicht ein. Auf jeden Fall gibt es dieses, der hat immer dann die Artworks auch für das Brettspiel Hate gemacht. Mhm. Vielleicht sagt er das. Auf jeden Fall gab es von ihm ein Artwork früher, ein Chaos-Artwork, wo ein Typ gegen einen Chaos-Barbanen kämpft. Mhm. Und genau dieses Bild hat jemand als Duell nachgebaut. Ich hab's gesehen, glaub ich, tatsächlich. Sofort, ich hab das sofort erkannt. Und das war so geil. Ja. Das hat auch nirgendswo irgendwie gewonnen, ist auch nirgendswo reingekommen. Aber das war so ein Ding, wo ich gedacht hab, boah, schön, dass ich's gesehen hab. Ja. Ich glaub, so eins gab's noch in der Art. Und zwar hatte der Macher von Black Scorpion Miniatures, die man ja kennt, weil der hat mitgemacht. Und zwar mit diesem, von dem war dieses Duell auf dem Turm. Ich weiß nicht, ob du da mal dran vorbeigelaufen bist. Da gab's so die Base, die gefühlt zu 90 Prozent aus einem großen bretonischen Turm bestand. Ja. Mit so einem fleur-de-lis-förmigen Fenster, aus dem so ein Leuchteffekt kam. Und oben auf der Turmspitze hat ein Bretone gegen ich weiß nicht was gekämpft. Und das war wohl auch einem Artwork in irgendeinem Bretonen-Kodex mal nachempfunden. Ich glaub, das war das doch, oder? War das das tatsächlich? Äh, ich guck mal, Adrian Smith ist übrigens der, der, der Artist, den ich meinte. Okay, jetzt sag mir auch der Name was. So, Adrian Smith, ähm. Ich schau mal ganz kurz, ob es das Bild ist, weil ich glaube, dass, da muss man jetzt natürlich noch mal googeln. Keine Ahnung, ob man das jetzt so auf die Stelle findet. Aber auf jeden Fall war das Artwork war von ihm. Und ich glaube, das war das, das ist ein Chaos-Papa gegen den Betonen. Ich glaube, das war genau das Ding. Warte, ich hab da ein Foto davon gemacht. Ich guck mal, ob ich das Foto davon entscheide, dann zeig ich das Foto hier in diese Kamera rein. Das wird mega gut. Das wird so super. Dieser totale Boomer, dieses totale Boomer-Verhalten, wenn man das Tablet in die Kamera hält, um zu zeigen, was jetzt hier Sache ist. Ist jetzt scharf? Ist scharf jetzt? Genau, kann man jetzt sehen, was ich hier meine. Ist auf jeden Fall dieses, auf diesem Leuchtturm oben drauf und es ist ein gelb-rot gekleideter Bretone, der gegen irgendeinen sehr, sehr großen Dude kämpft mit zwei Hämmern. Ja, warte, ich hab's gleich. Ich komm gleich zu den... Ja, das ist genau das, wir meinen bei der exaktes Gleiche. Ist das das, was du meintest? Wir meinen bei der exaktes Gleiche. Ja, es ist nicht... Ja, genau. Jetzt ist es sogar scharf. Genau, es ist das. Das Original-Artwork ist von Adrian Smith. Ja, und das ist von dem Macher von Black Scorpion. Und das ist alles von ihm modelliert. Krass. Also, die Bemalung kommt natürlich nicht ganz ran, das muss man wirklich sagen. Also, rein von der Bemalung kommt das nicht in irgendwelche große Kategorien ran. Aber was das Modell angeht und den Wiedererkennungswert, das ist einfach echt gut. Ja, das ist echt schön. Ich fand's auch. Das fand ich auch echt cool. Was bei dem Modell, glaube ich, auch so ein bisschen ein Punkt ist, ist, dass es halt zu einem sehr großen Anteil einfach aus Gelände besteht. Also, weil die Base, also dieser Turm, nimmt halt 80 Prozent des Modells. Ein, aber genau. Es ist ein wirklich schönes Peace gewesen. Total. Also, aber guck mal, das ist ja das Schöne bei diesem ganzen Kram. Selbst wenn du dann vor Ort bist und die Sachen siehst und du hinterher nicht, also du nur die Gewinner siehst, du entdeckst trotzdem immer irgendwie noch kleine Sachen, dass da irgendwelche Leute mit bei sind, die irgendwelche Kenner sind oder kleine Easter Eggs machen, die immer irgendjemand versteht. Ja, also, es ist schon schön. Also, so ein großes, gebündeltes Auftreten der Künstlerszene aus unserem Hobby hat einfach schon was Schönes. Und deshalb, ich fand das schon ganz cool, dass das dieses Mal auf der Spiel war. Es ist sicherlich nicht 100 Prozent praktikabel und macht sicher für alle mehr oder viel Stress. Ähm, aber es war schon cool. Und, ähm, ich glaube, die Spiel wäre, also für mich, ein bisschen langweiliger gewesen ohne. Weil so richtig die krassen Highlights haben dieses Mal an sich im Tabletop-Bereich ja gefehlt. Es war mehr vom Gleichen auf einem soliden Niveau. Ähm, nette Leute überall, ähm, superschön viele Leute getroffen, die unseren Podcast hören oder unsere Seite lesen oder deinen Kanal folgen. Ähm, das ist immer total super, auch einfach, weil man so viele Leute mal wieder zum Hallo-Sagen trifft, hat so ein bisschen was Taktikamäßiges inzwischen fast. Gerade die Halle 1, äh, die Halle 1 ist so ein Familientreffen, so ein bisschen, finde ich, inzwischen. Da sind wir natürlich aber auch in einer privilegierten Situation, ne, dass wir natürlich auch durch die jahrelange Arbeit, die wir nun beide nur in dieser Branche haben, dass wir viele Leute kennen. Andere Leute haben ja gesagt, naja, nach zwei Stunden war ich mit der Halle 1 durch und das war irgendwie voll uninteressant für das meiste. Und ich hab, ich hab gemerkt, dass für mich zweieinhalb Tage nicht gereicht haben. Ja, der Punkt ist, es hat der Mirko auch gesagt. Mirko war ja am ersten Tag, am Freitag mit mir da, ähm, und. Und, äh, Mirko und Christian waren beide eigentlich so, die hätten um, äh, so gegen drei hätten die eigentlich heimfahren wollen oder können. Und ich, also sie sind nur mir zuliebe noch da geblieben. Weil ich gesagt hab, ich brauch den Tag bis Torschluss quasi. Ja. Also nicht ganz, aber wir sind dann halt irgendwie zwischen sechs und sieben dann gegangen. Ähm, wir hatten auch auf acht einen Tisch zum Essen reserviert, das hat auch eine Rolle gespielt und ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen seit dem Frühstück. Ähm, das hilft dann, den Abschied leicht zu machen. Aber, ähm, und, aber ich hätte da niemals gehen wollen um drei schon, weil ich hatte auch von Halle 1 noch lange nicht alles gesehen. Ich hatte noch mein Medbier nicht getrunken, was wir zusammen getrunken haben, auf relativ nüchternen Magen und es hat uns beide ziemlich weggeballert. War die beste Idee, war die beste Idee. Im Nachhinein, im Nachhinein muss ich mich bei den Leuten von Takure sehr entschuldigen. Ach komm, es war doch total lustig. Nee, aber ich glaub, bei Takure, bei Takure, die hatten auch das Problem, dass die uns halt erwischt haben, wo wir alle schon komplett brotfertig waren. Das war ja unser letztes Spiel. Ja, ja, das war kurz vor Ende. Und, ähm, ich glaub, da waren wir einfach auch nicht mehr so wirklich was zu gebrauchen. Und Takure ist jetzt auch kein einfach zu verstehendes Bier-und-Brezelspiel erst mal. Wenn man das völlig neu erklärt kriegt, das ist erst mal nicht ganz, nicht ganz trivial. Von daher, ich glaub, die, ähm, der hatte schon Verständnis für uns. Das stimmt. Grüße gehen übrigens raus. Ja, auch von meiner Seite. Ich hoffe, die hören das und finden das nett und können uns verzeihen. Ich muss einmal noch mal kurz zu dem letzten Thema mit dem Artwork, muss ich eine Korrektur hier mit reinbringen. Und zwar ist das Artwork nicht von Adrian Smith, sondern von Christopher Kent. Hm, schön, dass das jetzt auch geklärt ist. Das wollte ich nämlich... Der wiederum sagt mir nichts. Adrian Smith sagte mir jetzt was. Ja, sagt mir auch nichts. Aber dieser Stil, ich hätte schwören können, dass das Adrian Smith war, weil der Stil sehr ähnlich war, sehr ähnlich ist, gerade diese Schwarz-Weiß-Zeichnung. Aber es war Christopher Kent. Davon noch mal nicht Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Ja. So. Ja. Okay, und dann ging es für uns alle ja wieder zurück. Du hattest dann die Möglichkeit, ein schönes weiteres Leben zu führen und dich zu langweilen, bis jetzt heute, bis wir die Aufnahme haben und Schwierigkeiten haben, vielleicht Inhalte zu finden. Und ich bin einfach direkt weitergezogen. Ja. Du bist zu Hause angekommen und hattest Stress. Ja, ich kam am Samstagnacht kam ich an und bin dann sofort wieder im Endeffekt gestartet in die Vorbereitung für die Polaris, wo ich dann am Mittwochmorgen im Endeffekt dann schon wieder, nee, am Donnerstag tatsächlich, diesmal am Donnerstag, wie ich am Donnerstag morgen dann schon wieder hier hingestartet bin. Aber ich hatte die ganze Woche damit zu tun, denn ich habe ja nicht nur einen eigenen Stand auf der Polaris gehabt, sondern ich war ja mitverantwortlich für die komplette Tabletop-Area. Und das habe ich die letzten beiden Jahre auch schon gemacht. Hat das vorher ja drei Jahre auf der Mac gemacht, beziehungsweise Mac online, als die Corona-Geschichte war. Und ich muss sagen, Alter, wenn wir weiterhin das so machen wie bisher, gib uns drei oder vier Jahre und wir haben auch wirklich in der Tabletop-Szene, hat die Polaris Namen. Ja, cool. Weil wir haben unsere Fläche zu letztem Jahr fast nochmal verdoppeln können. Wir haben mehr als ein Drittel mehr Aussteller und das geht nicht nur an Leute, die Würfel verkaufen, sondern wirklich Händler, Publisher von kleinen Rollenspielen, aber auch Clubs, die Demo-Spiele angeboten haben. Wir haben, glaube ich, also du konntest um die 20 Spiele bei uns in unserer kleinen Area anspielen. Und das finde ich, also dazu natürlich auch noch Kartenspiele mitgerechnet und rausgerechnet aber die ganzen Brettspiele. Du konntest noch über 100 Brettspiele nochmal irgendwie zusätzliche Auslandung spielen. Ja. Aber dafür, dass es eigentlich eine, dass wir nur eine Area sind und nicht die größte Area auf so einer riesigen Messe mit, ich habe jetzt gehört, dass wir gestern Abend noch keine offiziellen Zahlen, aber die 40.000 Besucher haben wir auf jeden Fall geknackt. Ja, supergeil. Was riesig ist. Und wenn ich so höre, dass sowohl alle Aussteller und alle Clubs sagen, geil, nächstes Jahr wieder. Ja, ist cool. Auch, dass beim Pascal die Modelle zum Probemalen ausgegangen sind. Ja, also das fand ich auch krass. Wir haben die letzten Jahre, er hat immer genug gehabt. Also letztes Jahr hat er irgendwie so 80, 87 Modelle beim Testmalen gehabt. Deswegen hat er gesagt, ja, nimmst du diesmal 120 mit. Das ist ja mehr als letztes Jahr, dann kommen wir damit hin. Gestern am Sonntag um 13 Uhr, also irgendwie fünf Stunden vor Schluss, hat er gesagt, so, wir müssen aufhören, wir haben keine Modelle mehr. Ja, cool. Krass. Also riesig, riesengroß und er musste auch immer ganz viele Leute schon wegschicken, weil er nur einen Platz für acht Leute hatte, die gleichzeitig malen können. Und auch nicht mehr betreuen kann. Das ist einfach die Möglichkeit, das nochmal viel größer zu machen. Wir beim Dice-Stand waren natürlich relativ ruhig, weil, naja gut, wir am Dice, wenn du das Hobby nicht kennst, kennst du Dice auch nicht. Dementsprechend war für uns das natürlich ein klein bisschen was anderes, wie die letzten Jahre auch. Aber wir haben dann eher gesehen, versucht die Leute irgendwie zu den ganzen Ständen irgendwie hinzubringen, wenn wir dann waren. Wir waren vielleicht nicht ganz so gut platziert dieses Jahr, aber das kann man ja alles ein kleines bisschen verbessern. Aber dennoch war das, es war mega geil. Es waren alle super drauf, es haben sich alle irgendwie geholfen. Also die Tabletop-Area ist dann echt noch so eine besondere Größe, wo man sehr familiär irgendwie sein kann. Und da haben dann einfach die Würfelhersteller, die wirklich handcraftet, die Würfel herstellen, zusammen mit den Kartenspielherstellern. Also ob es eine Five Goddesses ist, ob es Tote Stadt sind oder jetzt die Rune, dieses Trading Card Game, was immer noch im Prototyp-Status ist. Der einfach nur da ist, um Feedback einzuholen und den Leuten das zu zeigen, weil das immer noch ein Prototyp ist. Oder dann ist halt, auf der anderen Seite ist Parabellum halt da, ja? Ja. Und alle gingen Hand in Hand und haben sich dann irgendwie ausgehäufen, wenn irgendwas war. Und das war mega, mega cool. Ja, sowas ist schon cool. Ich schwärm da halt so ein bisschen jetzt auch von. Und das, obwohl meine Teilnahme am dritten Tag doch sehr in den Sternen lag, weil ich am Samstagmittag echt gemerkt habe, scheiße, jetzt geht mir schlecht, mir geht es immer schlechter. Abends habe ich dann geguckt, 39 Fieber gehabt am Samstagabend. Also richtig übel. Und am Sonntag war alles wieder nichts, gar nichts. Ja. Also richtig Glück gehabt. Besser so. Ja. Ja, total. Ich weiß nicht, was das war. War auch gut so, weil wir am Sonntag halt den Burning Brush Award halt hatten. Und irgendwann musste ich den ja machen. Ja, aber da wirktest du ja sehr fit im Livestream zumindest. Ja, ich war einfach erschöpft, aber ich war nicht mehr kränklich oder so. Also das war ganz cool. Nee, also ich kann nur sagen, wenn wir das jetzt einfach nächstes Jahr nochmal so machen können und nochmal aufstocken können, vielleicht nicht was Platz angeht, aber wenn wir einfach nochmal weitere Spieltische und weitere Händler reinkriegen, weil wir mussten jetzt Leuten absagen halt, die dann auch mit dazukommen wollten, weil wir einfach voll waren. Ja. Wir hatten dann zum Beispiel jemanden da, das war ganz cool von, ich sag jetzt mal einfach mal keine Namen, ich weiß nicht, ob die das einfach wollen, aber von einem größeren Brettspielhändler aus Deutschland, nicht Händler, sondern Brettspielhersteller, haben wir jemanden aus Deutschland da gehabt. Und der hat sich das anderthalb Tage angeguckt und meinte dann irgendwann zu mir, ein bisschen wenig Brettspiel irgendwie hier. Ich weiß gar nicht, ob es das für uns lohnt, wo ich da meinte, Digi, ist ja nicht so, dass wir euch seit drei Jahren fragen, ob ihr nicht herkommt. Und ihr und alle anderen Brettspielfirmen sagen, nee, weiß ich nicht, ist ja nicht die Zielgruppe. Und er hat aber gesehen, wie einfach alle Spieltische voll waren. Ja, und so ein bisschen wenig Brettspiel hier, da könnte man richtig was machen. Ja, da würde ja was gehen, Junge. Richtig. Das war so ein schöner Moment für mich, wo ich dann dachte so, ja, ja cool. Schönes Potenzial, wäre doch schade, wenn es einfach so liegen bliebe. Genau. Also ich bin natürlich auch hart biased, was das angeht. Ich habe in den ganzen Clubs zusammengetrommelt, habe das irgendwie so ein bisschen organisiert, geschaut, dass wir eine gute Mischung irgendwie aus Händlern und so weiter haben und dass alle irgendwie so ein bisschen zufrieden sind. Ab einer gewissen Größe kann man das natürlich auch nicht mehr alles alleine machen. Aber deswegen bin ich natürlich sehr begeistert, gerade weil ich das Feedback von Händlern allen bekommen habe. Ich glaube, wenn man ein richtiges, gutes Feedback haben möchte und ehrlich ist, muss man die Händler, die Clubs, die Aussteller, aber auch die Besucher fragen. Und alles, was ich bisher gehört habe, war wirklich nur positiv. Ja, sehr cool. Jupp. Wenn es nicht so weit weg wäre und nicht so eine Woche nach dem Spiel. Nächstes Jahr, genau. Das ist auch tatsächlich für viele Brettspielhersteller so ein ausschlaggebender Punkt gewesen, dass der Zeitpunkt nicht so gut ist. Ja. Die nächste Polaris, der Termin steht ja fest und der ist ungefähr zum gleichen Wochenende wie dieses Jahr. Die Spiel findet nächstes Jahr, 2025, aber am Ende Oktober statt. Das heißt, es sind zwei Wochen Unterschied zwischen Polaris und Spiel. Die Polaris ist dieses Jahr früher. Ah, okay. Ja, man darf gespannt sein. Also das kann vielleicht dann irgendwie funktionieren. Ja. Und du hattest vorhin beim Burning Brush Award, also beim Onsimalwipbwerb, hast du irgendwas erwähnt mit, man merkt ja, dass das nicht gut funktioniert oder irgendwie sowas? Hä? Also als es bei der Bewertung, um die Bewertung beim Golden Demon geht, da hattest du den Burning Brush irgendwie kurz erwähnt. Ja, ich habe halt erwähnt, dass es schwierig ist, hinterher irgendwie zu versuchen, eine Entscheidung zu begründen nach draußen, warum der rein ist und der nicht und wie auch immer, weil es generell nicht ganz einfach ist und am Ende des Tages auch nie jeder mit jeder Erklärung zufrieden wäre. Nee. Nee, das stimmt. Also das ist halt einfach so. Deshalb, also ich verstehe deshalb auch selbst auf Basis der Burning Brush Jury Arbeit, wo ich ja als unqualifiziertester Mitarbeiter mit am Start bin, selbst aus, und wir hatten ja viel weniger zu bewerten als die Golden Demon Jury, aber selbst da würde ich sagen. Aber auch dank des Golden Demons hatten wir weniger. Auch dank des Golden Demons natürlich, die Überschneidung ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ja, das ist krass. Also wir hatten tatsächlich von vielen Malern, aber auch von Clubs und so Mitarbeiter, die in der Gruppe malen haben, habe ich wirklich von vielen gehört, so wir würden gern bei euch teilnehmen. Aber der Golden Demon ist der Woche vor euch, der ist wichtiger. Für uns ist der Golden Demon echt unangenehm. Ja, der war ein bisschen belastend, das stimmt. Aber auch selbst da. Ja, es waren tolle Einsendungen dabei. Coole Sachen dabei, richtig schöne Einsendungen. Ich weiß, dass manche so ein bisschen hadern immer mit diesem Publikumsvoting am Schluss, aber ich finde, das macht es halt auch so ein bisschen unberechenbarer. Und das ist ja auch was, was man als Maler spielen kann. Also man kann ja ein Stück, ein Modell sich ausdenken, wo man glaubt, man erzielt maximale Publikumswirkung, weil es bestimmte Dinge halt zum Beispiel mitbringt, weil es besonders knallig ist, weil es eine coole, lustige Actionszene hat. Zum Beispiel, ich glaube, dass der beim Einzelmodell der Goblin auf seiner Krabbe, ich glaube, da hat einfach viel reingespielt. Das ist einfach auch, also der war natürlich super bemalt, keine Frage, und die Base war total super und ich bin, ich finde immer noch, das ist ein tolles Modell. Aber da spielt halt auch rein, dass der einfach witzig war. Ja. Der war halt einfach witzig und cool in Szene gesetzt. Das gewinnt halt auch ein paar Stimmen. Natürlich malen die Maler immer passend zur Jury, ne? Also nicht umsonst ist es so, dass wir auch schon bei den letzten Golden Demons immer gesagt haben, die Figuren sehen von der Technik alle gleich aus. Ja. Und dementsprechend ist es ja auch vollkommen legitim, wenn man sagt, ja, dann versucht man die Figur so zu machen, dass sie aus Publikumsvoting geht. Man muss aber trotzdem sagen, dass wir deswegen ja vorher noch eine Fachjury haben. Genau. Und stell dein Licht nicht unter den Scheffel, du bist vielleicht nicht der beste Maler unterm Sternenhimmel, aber seit Jahren beschäftigst du dich mit Miniaturen und Bemalungen. Das heißt, du hast natürlich eine gewisse Expertise, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Genauso wie wenn wir dann, also du warst ja auch nur einer, wir haben ja Stali von Tale of Painters. Wir haben, Roman Lappert war ja auch mit uns dabei. Der Jonathan Fund, Wavecolors war mit dabei. Und hier der Guido Günther war ja auch mit bei uns am Start. Ja. So, der jetzt halt den Silbergulden-Deben gewonnen hat. Das heißt, wir haben eine ganz unterschiedliche Kompetenz, die auch nicht unbedingt die gleichen Malstile haben. Und diese Jury hat ja die ersten fünf jeweils gevotet. Ja. Und das heißt ja nicht, dass einfach random irgendeine Figur da reinkommt. Und das heißt, dass sowieso die ersten fünf durch so gute qualifizierte Hände gegangen sind, zumindest die Fotos, dass dann im Endeffekt alle eine gute, eine fast gleichmäßige Chance haben bei dem Publikumsvoting von den Leuten, die keine Ahnung haben, da was zu machen. Und da finde ich, es ist schon geil, dann einfach, wenn ich wüsste, dass meine Figur durch diese Jury geht und irgendwie unter die Top 5 gewählt wird, ich würde platzen vor Stolz. Ja. Also würde ich wirklich. Definitiv. Und man muss tatsächlich auch sagen, man hat sowohl bei vielen Malern vor Ort, aber auch jetzt hinterher, wenn ich mir das Video von dem Livestream, kann man sich ja immer noch auf meinem Kanal angucken, das können wir vielleicht auch verlinken, von der Preisverleihung. Viel Feedback bekommen, so ein bisschen so, oh ja, warum hat denn das gewonnen? Das ist doch viel schlechter als alle anderen. Das sieht man doch hier auf den Bildern, dass es viel besser ist. Das Feedback hat man bekommen, wo man sagen muss, dass die Figuren live nochmal ganz, ganz anders gewirkt haben als bei den Fotos. Der eine kann besser Figuren fotografieren und in Szene setzen und einige Figuren wirken auf Fotos besser als in der Realität, vom Modell her zum Beispiel. Das darf man nicht vergessen. Was zum Beispiel beim ersten Gewinner, die Krabbe von der Einzelminiatur, enorm beeindruckend ist, ist die Base, die kaum zur Geltung kommt auf den Fotos. Ja, weil die sehr frontal auf dem Foto ist und ich glaube von leicht schräg oben sieht man da noch viel mehr, was da los ist auf der Base. Ganz genau. Zum Beispiel aber auch beim Großmodell, Alex, Alex Miniatur. Bei den Fotos, ich hätte gedacht, okay, der macht eindeutig den ersten Platz. Das Ding ballert rein. Diese Robo-Geisha-Lady, ist ja kein Geisha, aber diese Robo-Lady, die da ist. Und dann hat man die live gesehen zwischen den anderen und hat gesehen, oh, die anderen sind ja doch besser als erwartet. Dass es dazwischen ist. Und das fand ich spannend. Also es hat im Endeffekt der den ersten Platz gemacht, den ich persönlich auch favorisiert habe, den als Jonathan, also Wavecolor, den live gesehen hat vor Ort, meinte er auch, ja, das ist eindeutig der Beste. Der hat auch gewonnen. Tut mir jetzt für Alex tatsächlich so ein bisschen leid, aber sein Modell ist aber doch fucking gut. Ja, definitiv. Also da muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Generell, was ich, weil du es auch, du hattest bei der Preisverleihung das auch schon zwei, dreimal angesprochen, dass Leute, die es aufs Treppchen geschafft haben, fast gar nicht da gewesen wären, weil sie aufgrund ihrer Fotos durch die Fachjury durchgefallen wären. Ja. Und das ist sowas, was ich gerne auch aus der Juryperspektive raus nochmal allen Leuten mitgeben möchte, die darüber nachdenken, bei so einem Wettbewerb oder nächstes Jahr beim Burning Brush mitzumachen. Gebt euch Mühe bei den Fotos. Ja, definitiv. Es gibt gute Tutorials draußen, wie man auch mit einem Handy und ein bisschen Mühe ein wirklich gutes Foto macht und schneidet eure Bilder zu. Wir hatten jetzt mehrere Bilder, wo die Figur so klein auf so einem Foto war. Und die sofort rausgeflohen ist. Und wenn man rangezoomt hat, ist mir aufgefallen, oh, da steckt ja doch eine richtig geile Figur hinter. Ich habe dann teilweise, ich habe dann mal ein Bild für die Jury zugeschnitten und habe den, weil die waren so hoch aufgelöst, dass das ging, da habe ich gesagt, ich schneide jetzt mal testweise drumherum alles weg, was nicht Miniatur ist und wir gucken uns das nochmal direkt groß gesoomt an und man hat vorher schon, man musste das dann halt immer separat nochmal öffnen, ganz stark reinzoomen, dann hat man schon gesehen, dass die wirklich schöne Blendings zum Beispiel drauf hatte. Aber auf den ersten Blick und der erste Eindruck war einfach, Alter, was ist denn das für ein Scheißfoto? Und das ist halt der erste Eindruck, für den man ja sprichwörtlich keine zweite Chance kriegt. Richtig. Und das ist genau einfach so ein Punkt, wenn ihr wisst, eure Modelle werden zuerst auf Basis von euren Fotos beurteilt, selbst wenn ihr sagt, bessere Fotos kriegt ihr nicht hin, dann schneidet sie wenigstens zu. Ja. Amen. Sucht euch eine gute Perspektive, sucht euch die Schokoladensäute eures Modells. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht in der Jury sitze. Also, bin ich wirklich sehr froh. Ich bin, ich muss nur den ganzen Pumps irgendwie organisieren. Aber ich bin sehr froh, nicht diese Entscheidung zu haben zu wissen. Boah ey, ungelogen. Ich habe, nachdem gestern dann die Live-Show durch war und alles war dann durch, das war der letzte Moment für mich, wo ich noch irgendwelche Tasks zu tun hatte, außer nachher abzubauen. In meinem Kopf war wirklich nur... Äffchen mit der... Ja, also ich war wirklich, körperlich und mental war ich so fertig gestern. Ja, glaube ich. Und dazu muss ich auch wirklich nochmal sagen. Also nicht nur, wir haben es beide auf der Spiel gemerkt, aber auch auf der Polaris. Es ist, und das hört sich immer so komisch an, aber es ist so eine Wohltat fürs Selbstbewusstsein, wenn Leute zu einem ankommen und sagen, Alter, ich habe durch deine Mal-Tutorials habe ich malen gelernt. Oder wie da einer meinte, ey, ich habe jetzt irgendwie fünf Stunden im Stau gesessen, ich habe mir zwei Folgen Radio Hobbybruch angehört. Das hat voll Spaß gemacht. Das klingt natürlich doof, weil man natürlich, oh ja, selbst auf die Schulter klopfen, aber ihr glaubt gar nicht, selbst wenn man das 50.000 Mal hört, wie gut das tut. Das ist total krass, weil irgendwie, natürlich stellen wir uns nach draußen und natürlich kriegt man auch Kritik ab und das muss man auch alles irgendwie logischerweise ertragen. Aber trotzdem hadert man ja selbst doch immer noch an sich selbst oder an dem, was man macht so ein bisschen. Und wenn man sowas dann hört, das macht eine ganze Menge im positiven Sinne. Ja. Macht das wirklich. Nee, das hat mich auch tatsächlich auf der Spiel, das fand ich so ein bisschen witzig und natürlich auch erfreulich, weil was ich merke ist, dass seit wir den Podcast zusammen machen und seit man mich quasi auch hier vor der Webcam sieht und mehr Bewegtbild sieht von mir, ich werde ganz anders angesprochen auf Veranstaltungen und viel eher, also auch auf dem Brückenkopf immer, aber man hat so das Gefühl, die Leute erkennen mich und sprechen mich eher an wegen Radio Hobbybruch. Und das ist schon tatsächlich cool. Also es ist einfach nett. Es sind auch immer nette Gespräche. Ich finde es immer cool, wenn jemand sagt, ja, wir haben auf der Fahrt zur Spielemesse noch ein bisschen die aktuelle Folge gehört, weil das hat mir auch jemand gesagt. Und da denke ich mir immer so, und ihr seid trotzdem angekommen, schuldigung. Ich bin nicht gleich suizidal in den nächsten Graben gefahren. Vor lauter Fremdscham irgendwie direkt umgedreht und gesagt, weißt du was, nee. Aber apropos mit irgendwas bewirken. Es gibt noch von der Polaris eine extrem geile Geschichte. Bei der Polaris sag ich ja auch aus den ganzen Ausstellern ja auch immer, hey, es ist eine Messe und auch in der Außenwirkung ist Tabletop relativ, hat eine sehr unterrepräsentierte Stellung. Ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, da sind Aussteller wie fucking Nintendo und Sony, die da irgendwie durch die Gegend laufen. Der NDR hat jetzt da seinen Twitch-Kanal für die Tagesschau irgendwie angekündigt. Ja, auf der Polaris. Da sind so ein paar Dudes, die Miniatur rumschubsen, jetzt nicht unbedingt wieder der große Cash-Bringer noch der große Kundenmagnet. Aber wir machen das ja genau auf der Polaris, weil wir Nachschub, Nachwuchs fürs Hobby haben wollen. Weil, machen wir uns das vor, unser Hobby hat ein Nachwuchsproblem. Die Leute kommen jung ins Hobby rein, meistens mit Warhammer, dann kommt halt eine Pause von 10, 15 Jahren und dann sind die Leute, wenn sie Mitte 30 sind oder Ende 20, kommen sie irgendwie wieder rein, weil sie gesagt haben, so was haben wir früher irgendwie mal gemacht, finde ich cool. Auch wieder ganz viele Gespräche auf der Polaris geführt von Leuten, die genau diesen Werdegang haben. Und wir merken, dass dann plötzlich Leute da ankommen irgendwie wieder, die vor zwei Jahren auf der Polaris das erste Mal da waren und jetzt irgendwelche Sachen spielen. Also das bewirkt tatsächlich einiges. Und die beste Geschichte, die wir da wirklich hatten, Burning Brush Award, den dritten Platz hat der Org-Spieler gemacht. Er hat diese eine Org gemacht. Und dieser Org, der nicht bei den Greenhorns dabei war, sondern in der großen Einzelminiokategorie, der Typ hat letztes Jahr auf der Polaris seine allererste Miniatur bemalt. Ja, das habe ich auch gesehen. Und auch dieser Org war sensationell. Ja. Der war richtig, richtig schön. Ja. Das fand ich auch sehr krass. Ja, das sage ich jetzt auch mal so, das erfüllt mich natürlich ein bisschen mit Stolz. Natürlich habe ich ihm die Mal-Tutorials gegeben. Das war Pascal von Painting After Midnight. Aber man sieht, dass man irgendwas zumindest fürs Hobby macht. Und das finde ich geil. Ja. Es erinnert so ein bisschen an die gute alte Roleplay-Convention-Zeit von früher, wo das ja letzten Endes so ähnlich auch lief mit der Tabletop-Area umkreist von Cosplay und so ein bisschen Gaming auch. Und wo man auch so ein bisschen, da war man jetzt nicht so völlig die Nerd-Ecke, weil die Cosplayer und die Pen & Paper-Leute sind jetzt auch nicht mehr Mainstream als Tabletop-Ecke. Zumindest nicht Arc. Und da war man da schon, ja, da war man so ein bisschen mehr gefühlt in einer Nerd-Bubble. Aber auch da hat man eben sehr häufig Leute so ein bisschen an das Hobby herangeführt, die damit vorher nichts zu tun hatten. Und zumindest mal so ein bisschen gezeigt, was man da so macht eigentlich. Genau. Und das ist einfach immer schön. Dafür ist auch die Spiel, das ist die große Rechtfertigung des Miniaturenbereichs auf der Spiel, wo ich immer sage, weil mich Leute fragen, warum wir mit Neverrealm nicht auf die Spiel gehen. Die Antwort ist einfach, es ist zu teuer. Ein Stand auf das Spiel ist super, super kostspielig. Du musst vier Tage Unterbringung für Messepersonal, also für mindestens mal vier Leute haben in der Regel. Das heißt, du musst während der Messe zwei Hotels oder entweder eine Wohnung, so eine Montagewohnung oder zwei Hotelzimmer mindestens mal buchen. Du musst hochfahren und du hast einen Stand, der viel Geld kostet. Und bis du da auch nur auf Null raus bist, musst du ganz schön Zeug verkaufen. Also du kannst es natürlich als Werbemaßnahme abschreiben, so ein bisschen für dich, aber selbst dann solltest du ja nicht mit einem zu großen Minus da rausgehen. Nee, das ist richtig. Und ob es sich für dich langfristig lohnt, du hast vielleicht die Szene so ein bisschen vergrößert und hast Leuten das Hobby nahegebracht. Aber ich weiß es nicht, ob sich das für so kleine Firmen wie uns rechnen würde. Also ich sehe das für Werner, ich sehe das für so Leute wie Titanforge, die inzwischen echt riesig sind gefühlt. Die haben eine Kooperation mit One-Page-Rules dieses Mal auch gehabt und das war wild groß der Stand. Ja. Also da gibt es schon die Großen, die dahin gehören, aber ich finde nicht, dass wir mit Neverrealm dahin gehören. Wir würden da vielleicht, ich könnte mir das vorstellen, in einem Gruppenstand zusammen mit Mirko von Stronghold oder dass man sagt, man macht zu zweit irgendwie einen Stand, so wie wir es früher hatten. Auf der Polaris bieten wir in der Tabletop-Area Artist-Tische an, die weitaus günstiger sind. Hm, das ist ja sehr gut zu wissen. Also das ist natürlich alles ganz anderer Preis als sowas wie Taktiker oder wie viele Tabletop-Conventions, aber wir haben extra in der Tabletop-Area haben wir tatsächlich Künstlertische, also diese Künstlerpakete, weil die einfach wissen oder ich, sie wissen jetzt mittlerweile durch mich, dass es da auch kleinere Firmen gibt und dann kannst du wirklich vier Quadratmeter für unter 200 Euro bekommen. Das ist natürlich dann ein ganz anderes Ding. Da kann man dann tatsächlich mit arbeiten und hat auch nicht das Gefühl hinterher, man hat sich jetzt hier komplett verschuldet, nur um auf der Spiel zu sein oder auf einer Convention, was auch immer. Also das ist dann eine andere Liga. Das kann man dann machen. Definitiv. Ich sehe gerade, die Zeit drückt ein bisschen, Christian. Die Zeit drückt sehr, wir haben wieder Überlänge. Wir machen nur Überlänge. Und ich habe tatsächlich drei Sachen, die ich noch loswerden will, aber du warst gerade noch, ich hau rein. Schieß los. Ich wollte nur noch ankündigen, dass man uns von Neverrealm, aber wenn man uns vermisst hat auf der Polaris und der Spiel, die Chance hat, uns auf dem Rhein-Main-Multiversum zu sehen, dass jetzt, glaube ich, ist auch schon wieder in zwei Wochen wahrscheinlich oder in drei. Zwei oder in drei Wochen. Am 26. 27. Oktober ist das. Ist in der Nähe von Frankfurt. Und das ist eine kleine Convention mit coolen Demotischen von Clubs und Einzelpersonen. Ähm, wir werden da sein, ähm, Team Würfelkrieg ist immer mal wieder unterwegs, dann wird der Asgard Aschaffenburg da sein und das ist, das ist ein schönes Event und da werden wir, äh, unter anderem auch dabei sein. Mega cool. Und jetzt kommst du. Ja, ich, äh, würde tatsächlich drei Sachen, äh, noch, noch sagen wollen. Äh, erstens noch zur Polaris, äh, da gab es so ein mega geiles Polaris Magazin, das konnte man kostenfrei mitnehmen, äh, ich, und da, lustige Geschichte, ich wurde im Vorwege gefragt, ob ich da nicht einen Tabletop-Beitrag zu schreiben kann, hab ich dann gemacht, äh, und hab gedacht, naja, ich rede weniger über mich, sondern versuch das Hobby zu erklären. Und das ist auf zwei Seiten dann gelandet und offensichtlich hat, war das, äh, hat das die ein bisschen beeindruckt, weil am Donnerstag, als wir aufgebaut haben, kam der Chef, äh, der Messe, also von der Firma, die das macht, kam auf sich zu, meinte, Dennis, nachdem wir jetzt fünf Jahre miteinander arbeiten, weiß ich jetzt endlich, was du machst. Schön, schön, dass das jetzt auch geklärt ist. Ja, schön, mal gucken, ob wir nächstes Jahr die Area wieder machen dürfen. Ach, das machen die, das ist ja totaler Müll. Das ist ja gar nicht Dungeons & Dragons. Genau, äh, zweiter Punkt ist, die Polaris ist die wohl wokeste Veranstaltung, die ich jemals, äh, besucht habe und ich, und ich find alles daran geil. Und ich find alles daran geil. Das muss man wirklich sagen, ey, man muss wirklich sagen, ne, also die, die Polaris hat wirklich, ähm, die, 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 die Organisatoren geben sich wirklich Mühe, dass niemand sich unwohl fühlt, ne. Die Cosplayer haben im Eingang, also nicht, nicht direkt, äh, draußen, auch nicht komplett in der Halle, sondern zwischeneingang Halle, so ein, so ein, so ein Schleusending, wo du auch die Tickets und so weiter abgibst, haben sie extra Boxen aufgestellt für Cosplayer, dass sie sich da umziehen können. Dass die nicht mit den, dass die nicht mit den Kostümen draußen auf der Straße rumlaufen müssen. Weil wir wissen, Anime, Manga, Cosplays oder auch Videogaming, Cosplays, ähm, da bist du als Frau viel, also gerade auf der Straße von der Großstadt freiwillig. Ja. Ne? Oder, dass du dich dann in der Öffentlichkeit umziehen musst, oder so, was haben die, dann haben sie überall solche Sachen hängen, äh, mit, dass sie, dass sie sagen, alles klar, hier, keine Toleranz gegen, gegen Intoleranz oder sowas in der Art, also, dass sie einfach Richtlinien dann überall drin haben, wo sie sagen, ey, benehm dich bitte, also, jeder ist, wir ist total cool, ähm, und wir möchten einfach nicht sehen, dass, sexuelle Belästigung wollen wir nicht, dass, es gab wieder ein Safe Word, ne, wenn irgendjemand es schlecht geht oder sowas, dass man zu jedem Mitarbeiter auf der ganzen Messe gehen konnte, ähm, die instruiert wurde, diese Safe Word, und dass die den Leuten dann helfen konnten, äh, dass sie, äh, dass, dass sie Toiletten hatten, sie hatten, glaube ich, auch eine, ähm, All-Gender-Toilette haben sie auch mit eingerichtet, alles drum und dran. Ja, also, das war auch notwendig, weil du siehst, das Publikum, ich hab, ich hab selten so viele, das fand ich total interessant und auch cool, Männer in, äh, Cosplays gesehen, die eindeutig weibliche Cosplays waren, also gerade Final Fantasy und so weiter, und auch umgekehrt, und das gibt einfach nochmal ganz andere Perspektiven, und das finde ich einfach geil, weil die, die Atmosphäre, alle waren nett zueinander, und alle haben irgendwie akzeptiert, auch wenn man natürlich sagt so, ach, über dieses eine Hobby da hinten rümpfe ich ein bisschen die Nase, weil das ist nicht meins, äh, und dann guckt man zurück in seine Hobbyrecke und denkt so, ach, was soll's. Ja. Nee. Ja, finde ich auch gut. Also, ähm, es ist natürlich auf der einen Seite immer noch so ein bisschen schade, dass man solche, dass man solche Sachen immer noch braucht, gerade solche Spielregeln, die eigentlich drauf rauslaufen, seid kein Vollpfosten, aber, ähm, finde ich gut, dass es so klar definiert wird. Fand ich jetzt auch, ähm, zum Beispiel auch beim Backstage, ähm, als ich, wo ich beim Konzert war, ähm, das ist, ähm, die machen auch eine sehr klare, zum Beispiel, Abgrenzung gegen Intoleranz und, ähm, jegliche Art von Menschenfeindlichkeit. Also, das finde ich einfach, es ist total wichtig. Total. Und, ähm, es schadet im Endeffekt mindestens niemandem und es hilft vielleicht einigen. Ja, das denke ich nämlich auch. Und gerade auch bei solchen Veranstaltungen, wo die Leute einfach so, also wirklich extrovertiert sind, ne, äh, das gehört ja auch dazu und das ist einfach mega gut, ähm, dass sich da auch wirklich jeder, jeder, ähm, wohlfühlen kann und das finde ich wirklich toll. Und der letzte Punkt, den ich hier habe, ich weiß es schon ein bisschen länger, weil die Box schon bei mir steht. Leider kam die, leider, leider, leider kam die Box wieder zu dem Zeitpunkt kurz vor der Polaris und einem noch keine Zeit gehabt, drüber zu reden, aber jetzt darf man drüber reden, weil sie jetzt angekündigt ist, die, und wir hatten auch schon, äh, wir beide drüber geredet, über die, ähm, Starterbox von Kill Team. Jetzt haben sie heute Abend, äh, wurde sie angekündigt und wir haben damals schon gedacht, als es hieß, äh, wir kriegen die, ja, was sollen wir denn damit machen? Ich meine, das ist die kleinere Variante von, von dem Hivestorm, ähm, so wie die letzten Kill Team Boxen, was sollen wir da Tolles dran machen? Und jetzt haben sie die angekündigt. Das Witzige ist, ich hab gar nicht, gar keine E-Mail gekriegt, dass die kommt. Ich hab die, du hast mir gesagt, du hast eine neue Kill Team Starterbox gekriegt, am selben Tag kam die bei mir in der Post an. Ah, okay. Ähm, aber ich wusste vorher gar nicht, dass die kommt. Und ich war voll überrascht, dass die eigentlich gar nicht auf Hivestorm basiert, sondern, und jetzt kommt, die beiden Fraktionen, die drin sind, sind Space Marines und die, ähm, Death Guard. Die Death Guard und es sind exakt die beiden Figurenlisten aus den Space Marine Heroes, die man, die Blint Boxen, Serie 3 und 4, die man sich an Blint Boxen gekauft hat und die auch damals für Kill Team Regeln hatten, die findet man jetzt regulär in dieser Starterbox und was noch viel interessanter ist, Games Workshop bringt das erste Mal MDF Material raus. MDF-Gelände. Farbig bedrucktes MDF-Ruinengelände. Ganz genau. Kein Plastik diesmal, sondern MDF. Und das schauen wir uns auf jeden Fall an, weil da bin ich sehr interessiert, ob das MDF, das Produkt der MDF mit dem Mutternplatzhirsch Micro-Out mithalten kann. Es wird, ich hab's mir schon so kurz mal, ich hab mal einen kurzen Blick reingeworfen. Es erinnert von der Materialdicke, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eher so an Sarissa, weil Sarissa Precision-Fahne diese 2mm-Dicke, glaube ich. Und ich glaube, Micro-Art-Fahne 3mm-Dickes MDF. Und ich glaube, ich kann falsch liegen, weil ich hab nur einmal aufgemacht, reingeguckt und da dann gemerkt, dass es MDF ist, weil hinten steht's nicht drauf. Genau. Und da ist, ich glaube, es ist 2mm. Okay. Aber es ist schön bedruckt. Der Druck ist echt hübsch. Cool. Und dann, im Internet ist schon so ein bisschen wieder, ich war heute kurz in der deutschen Kill-Team-Gruppe unterwegs, da gibt's ein paar Leute, die sich bitterlich beschweren. Zum einen natürlich darüber, dass nur Pappgelände drin ist, wo man sagt, nee, ist nicht, ist MDF. Aber selbst wenn, ist es kein Plastikgelände, wo man natürlich sagen kann, natürlich ist es das nicht. Dann wär's ja 80 Euro teurer. Es ist ja die Einsteigerbox, die soll ja günstig sein. Genau, und es gibt ja auch geiles Pappgelände, also siehe Tinker Turf. Ja. Ja, und auf der anderen Seite haben sich einige beschwert, dieser Chaos-Hexer, der Death Guard, der da drin ist, der war wohl vorher sehr, sehr, sehr schwer zu kriegen. Ich glaube, den gab es nur in der japanischen Serie der Warhammer Heroes. Ich glaube ja. Und der ist teilweise für 80 Euro über die Ladentheke gegangen auf dem Second-Hand-Markt. Und jetzt kriegst du ihn halt in der Gruppenbox. Ach, übrigens, den haben wir noch und hier ist er. Weißt du den Preis? Und da gibt es viele Leute, die sich sehr beschwert haben. Nee, ich weiß noch keinen Preis. Naja, aber so kannst du den Skyper natürlich auch auf lange Sicht das Wasser abgraben, was ich ja gar nicht so schlecht finde, weil alle beschweren sich ja darüber. Nee, aber warum ... Genau, man beschwert sich immer über die Leute, die auf dem Second-Hand-Markt, die quasi die Mondpreise nehmen, dann, finde ich, sollte man das jetzt eigentlich begrüßen, dass Games-Workshop denen so ein bisschen das Wasser abgraben. Wobei die natürlich ihren Schnitt gemacht haben, die sind ja schon raus. Man kann nur sagen und nur hoffen, dass die Leute für die Zukunft draus lernen und sich auf sowas gar nicht mehr einlassen, weil vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal ganz regulär. Ja, also ich finde es einen coolen Move, weil dadurch diese One-Print-Box-Hive-Storm wirklich auf etwas Limitiertes war. Natürlich kann man die Sachen nachher nachher alle nachkaufen. Ja, die Kill-Teams werden ja separat kommen. Genau, genau, das können wir auch. Aber sonst waren ja immer die letzten Starter-Boxen, waren ja immer eine kleinere Variante von diesen Release-Boxen. Und ich finde es cool, dass sie da jetzt einen ganz anderen Weg gehen und mit dem MDF-Gelände offensichtlich dann auch ein anderes Preissegment vorstoßen können. Und weil das einfach auch alte Figuren sind, aber wer einsteigen will, dem ist es vollkommen egal, dass es alte Modelle sind. Und ich freue mich total, ich habe mir nämlich bei uns in der Redaktion tatsächlich mindestens mal das Marine-Kill-Team unter den Nagel gerissen. Das finde ich so lustig. Ich habe mir diese Heroes-Box gekauft vom Kill-Team und ich habe sie irgendwann, weil ich dann doch nicht dazu kam, habe ich sie irgendjemandem zum Geburtstag verschenkt. Und jetzt habe ich sie wieder da. Es ist ein Zeichen. Ne, ich freue mich auf die, weil ich habe Bock. Ich finde das Kill-Team cool, weil es einfach mal von jedem Truppentyp ein Modell ist, gefühlt. Es ist ein Sturmmarine, es ist ein Flammenwerfer, es ist ein Käpt'n in Gravis, glaube ich. Es ist ein Scharfschütze. So wie die Quinti es eigentlich sein sollten, ne? Genau, das finde ich cool. Es ist eine schöne Zusammenstellung und ich werde das einfach nutzen, um mal einen Orden auszuprobieren, den ich noch nicht habe. Vielleicht mache ich endlich mal die Imperial Fists, die ich eigentlich schon immer vor mir her schiebe und die ich total gerne mag. Bitte mit Lila grundieren, ne? Ja, oder mit Weiß grundieren und dann so ein Magenta-Zenital von unten, also quasi Magenta-Schatten sprühen und dann mit Imperial Fists drüber sprühen. Dann hat man eigentlich schon einen soliden Ding, glaube ich. Mit was? Dann wirst du uns in zwei Wochen ja sagen können, wie cool das war, die zu bemalen, weil du dann fertig bist. Bestimmt. Wir wissen ja alle, wie schnell ich male. Ich muss jetzt erstmal die Woche noch Stormcast Eternals bauen. Die Woche ist bei uns große Stormcast Eternals und Skaven Review Woche. Bob eröffnet morgen mit den Skaven-Einheiten. Ich muss für Mittwoch noch die Stormcast-Einheiten machen und dann kommen am Freitag und Donnerstag noch die Helden jeweils der neuen Skaven- und Stormcast-Welle. Und den Greifenreiter habe ich schon gebaut. Ach cool, ja dann sieht es bei uns ähnlich aus. Ich habe tatsächlich die ganzen Stormcast, die AOS-Sachen zum Glück nicht, weil ich auch gerade keine Zeit habe, weil bei mir muss jetzt, das habe ich jetzt leider zwei Wochen verschieben müssen, kommt am Mittwoch das Review raus für Warcrow. Und nächste Woche die N4-Box Operation Sandtrap. Also ich bin gerade mit Coversbelli-Miniaturen, habe ich jetzt letzte Woche alles zusammengebaut. Ja, die sind jetzt alle zusammengebaut. Jetzt muss ich die noch abfilmen, die Infinity-Sachen und dann zum Maler schicken. Und bei Warcrow muss ich tatsächlich jetzt einsprechen und schneiden. Noch. Sonst ist alles fertig. Aber auch das musste ich leider aufgrund der beiden Messen nach hinten schieben. Das tut mir total leid. Und unser Kontakt, den du ja auch kennst von Coversbelli, der hängt mir schon in den Ohren. So, hm, wann wolltest du das denn rausbringen? Und das ist mir sehr, sehr unangenehm. Ja, klar, verstehe ich. Also ich werde jetzt, bei mir liegt jetzt hier noch für Coversbelli auch noch einiges. Ich werde für die zweite und dritte Warcrow-Welle noch was machen. Also die Beyond Winds of the North werde ich wahrscheinlich bündeln. Werde ich wahrscheinlich bündeln mit der Welle danach, mit den Schildträgern. Und also das wäre ein bisschen was Größeres draus machen wieder. Und dann mal gucken. Ich habe auch noch sehr viel Infinity hier. Da mache ich aber wahrscheinlich eher einen Hobbykeller draus. Einmal die Aleph Steel Phalanx und noch mehr U12. Ja, gucken. Und wenn ihr auch was Großes machen wollt, dann empfehlt ihr natürlich Radio Hobbybrauch weiter. Und über diesen Podcatcher, über den ihr uns hört, über Spotify oder Apple oder Amazon oder wo auch immer, gebt ihr uns natürlich die beste Bewertung, die ihr finden könnt. Weil wo kriegt ihr denn sonst fast drei Stunden Amps und Öls um die Ohren geballert zu Themen, die euch peripher interessieren? Wir müssen uns wirklich besser disziplinieren, was den Zeitplan angeht. Ja, aber ehrlich gesagt, ich will auch keinen Einstunden-Podcast haben. Die wirken manchmal so nach Schema F. Und ich persönlich mag ja lange Podcasten, mir auch selber anhören. Ja, ich kann auch. Man kann uns ja auch auf zwei Hälften aufteilen. Aber dich und einmal mich? Klingt seltsam. Einmal, genau. Und natürlich ist es so eine Folge, wenn wir auf zwei Messen zurückblicken und auf zwei Malwettbewerbe, dass die ein bisschen ausartet. Ich glaube, das hätte auch zu Enttäuschungen geführt, wenn das anders gewesen wäre. Das ziehen wir einfach von der nächsten Folge ab. Die geht dann nur 20 Minuten. Ja. So machen wir das einfach. Genau. Ihr wisst ganz genau, ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns natürlich auch überall folgt. Auch bei YouTube gerne kommentieren. Auch bei Spotify könnt ihr auch kommentieren. Das lesen wir und gehen auch gerne auf eure Kommentare so weit wie möglich ein. Und weil die Zeit jetzt so lang ist, also nächste Folge müssen wir, glaube ich, extra viel auf Kommentare eingehen. Nächste Woche machen wir mal ein Kommentarsegment. Genau, das haben wir jetzt wirklich sehr stark eingeschränkt. Ja, genau, aber Content ist, wir haben so viel Content. Sie haben so viel zu tun. Ach. Das ist der Stress. Nee, aber das ist am Ende des Tages nicht immer zu viel Stress. Aber am nächsten Mal wird wahrscheinlich viel weniger passieren. Und dann können wir das tatsächlich da stärker reinsetzen. Und ihr wisst auch, ihr könnt uns weiter empfehlen. Euren Freunden, euren Bekannten, eure Familienmitgliedern, euren vielleicht bald künftigen Familienmitgliedern. Wie wäre es denn, wenn ihr anstatt einen Hochzeitstanz, einen Eröffnungstanz einfach mit allen eine Folge Radio Hobbybruch hört? So, also Öffnung. Das wäre doch was. So, während des Kuchenbuffets. Ja, das wäre doch was. Das, genau. Also Videos davon nehmen wir gerne hingegen. Und wie immer übergebe ich das letzte Wort an Christian und ich sage Tschüss, danke, dass ihr zugehört habt. Ja, ich verabschiede mich in die Nacht. Ich verabschiede Dennis in die Nacht und ich verabschiede euch, wenn ihr diese Folge gehört habt, in einen hoffentlich schönen restlichen Hobbytag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin darf der Dennis sich ein bisschen auskurieren. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.